Stabil Elite präsentiert. Eine weitere Nonne in Rom, eine Künstlerin im Rausch und ein Indiana Jones ohne Action. Und dann haben wir noch Nicolas Cage. Und ja, ein Fernsehklassiker, der lange Zeit gar nicht erscheinen durfte. Viel Spaß bei Kino Plus. Und damit herzlich willkommen und schönen guten Tag zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Ich sitze heute hier mit Etienne, mit Antje und mit Matze. Und wir wollen ein bisschen über die relativ überschaubaren Neustarts reden, aber auch ein paar News thematisieren. Und natürlich, wie immer, einmal bequatschen, was ihr so zuletzt gesehen habt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer macht den Anfang? Ladies first? Ja, dann fang ich an. Ich habe ein paar Sachen geguckt. Ich glaube, das Spannendste für mich war ein Rewatch von dem X und Pearl Double. Gar nicht mit dem Wissen. Es ist ja der Trailer erschienen Anfang der Woche von Maxine. Gucken wir uns auch noch an. Und ich wusste das nicht. Das war reiner Zufall, dass ich am Wochenende vorher das geguckt hatte. Weil ich mir über beide Filme irgendwie noch nicht so mit mir selber so einig war. Das hat man ja manchmal, dass man aus einem Film rausgeht und irgendwie denkt, ich weiß nicht, wie ich den so richtig finden soll. Und bei X hat der Rewatch auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich jetzt im Nachhinein sage, ich fand den richtig gut. Also jetzt, der findet ja das Rad nicht neu. Und auch damals diesen Hype, den der generiert hat, den würde ich nicht mitgehen. Aber auch diesen Anti-Hype, den er danach wiederum generiert hat, den würde ich auch auf keinen Fall mitgehen. Weil ich mich einfach, ich konnte mich sehr in diese, ich hab mich sehr in diese Machart einfach verliebt. Also ich finde, der sieht wahnsinnig gut aus. Der ist sehr stilsicher inszeniert. Das Tempo, das der an den Tag legt, mochte ich. Das ist ja eher sehr slow-paced, muss man ja sagen. Und auch wie er dann am Ende eskaliert. Diese Eskalation ist ja relativ klein eigentlich, dafür, was der am Anfang aufbaut. Ich muss sagen so, ich fand den als Gesamtwerk dann doch ziemlich stark, jetzt beim zweiten Mal gucken. Bei Pearl ist es dagegen so, ich hab beim zweiten Mal gemerkt, der dreht mir nicht genug auf. Also irgendwie, das ist so ein Film, so ein bisschen wie Malignant damals. Da bin ich raus und dachte, der darf mir eigentlich nicht so gleichgültig sein. Das ist eigentlich ein Film, der ist nicht dafür gemacht, dass er einem gleichgültig ist. Entweder musst du ihn scheiße finden oder musst du ihn richtig geil finden. Und der ist mir aber leider so gleichgültig. Weil ich finde, dass er die letzte Schraube einfach nicht dreht, sondern er bleibt, der ist so brav dafür, was der eigentlich sein könnte irgendwie. Und das find ich schade. Irgendwie fühlt sich das an, als würde da super viel auf der Strecke bleiben. Ist jetzt aber nicht, hat jetzt nichts daran geändert, dass ich auf Maxine total gespannt bin. Ähm, und sehr gespannt bin, wie diese ganze Trilogie jetzt zwar am Ende findet. Aber es hat sich gelohnt, einfach X noch mal zu gucken. Weil ich muss wirklich sagen, den hab ich damals ein bisschen unterschätzt. Der war jetzt der erste, X? Genau. Und Pearl ist ja ein Prequel. Das ist ein Prequel, ja. Nee, und das war, das war das, was ich so als letztes gesehen habe. Dann hab ich noch, aber der kommt jetzt irgendwann in den nächsten Wochen, werdet ihr dann wahrscheinlich drüber reden, noch The American Society of Magical Negroes geguckt. Der ist in den USA schon draußen. Und schon wieder raus aus dem Kino. Der soll doch richtig scheiße sein. Und ich hab das Gefühl, der hat so ein bisschen was von American Fiction, aber ist in seiner Art wesentlich plumper. Und es geht darin um das fiktional erzählende Phänomen des Magical Negroes, den's in der Popkultur wohl schon lange gibt. Das ist eine Figur, wird von einem Schwarzen verkörpert, die einzig und allein dafür da ist, die weiße Hauptfigur wahlweise zu motivieren. Oder ihr so die eine Rede irgendwie zu halten, dass die weiße Figur in ihrer Charakterentwicklung weiterkommt. Das ist die einzige Funktion, die ein Magical Negro in der fiktionalen Erzählung hat. Und ich weiß nicht, ob's ein Regisseur oder eine Regisseurin ist, nutzt dieses Motiv, um quasi eine Society of Magical Negroes aufzubauen. Und hat so ein bisschen was von Hogwarts tatsächlich. Es werden auf magische Weise Afroamerikaner herangezogen, oder es werden Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen herangezogen, die Teil dieser American Society of Magical Negroes werden sollen. Und dann hat das auch alles so ein bisschen was mit Magie zu tun. Die werden dann auf einzelne weiße Persönlichkeiten angesetzt und sollen diese in ihrem Leben weiterbringen. Und es soll eine Satire natürlich sein auf afroamerikanische Kultur, beziehungsweise die nicht stattfindenden Afroamerikaner in weißer Kultur. Und ist aber alles leider, wie es auch klingt, nicht so subtil. Das klingt vor allem für mich wie etwas, dass die Figur aus American Fiction ja eigentlich die ganze Zeit anprangert, oder? Ja, ja, genau. Aber der Film prangert es natürlich auch an. Also er prangert diese ganze Funktionalität des Magical Negroes an. Ja, aber wird es dadurch besser, dass man halt das so gewalt macht? Hm, schon bis zu einem gewissen Teil, wenn er sich dann entschließt, auszubrechen aus diesem Konzept. Hm. Und ich fand das Gedankenspiel spannend. Ich finde auch, der ganze Aufbau klingt irgendwie spannend. Aber irgendwie hat er nicht das erreicht, was zum Beispiel ein American Fiction erreicht hat. Ich war überrascht. Kommt in zwei, drei Wochen in Deutschland. Ja, genau. Ich war überrascht, dass der bei uns überhaupt ins Kino kommt. Ich hätte auch gedacht, der landet eher wie American Fiction im Streaming. Genau. Aber naja, lass uns mal überraschen. Eddie? Hm. Womit kannst du uns überraschen? Ich hab, ähm, weiß gar nicht, was hab ich denn? Die Keeper, brauchen wir nicht drüber reden. Hoffentlich auf Deutsch. Nee. Oh man, du hast ja das letzte Verpasst. Ein bisschen Synchro-Scheiße, oder was? Ja, aber halt so richtig geil-Scheiße. Hm. Also, ähm, Herr Schaller hat sich, oder Schacher, Schacher oder Schaller? Oh, Schaller, glaub ich. Äh, der, der Regisseur der deutschen Synchro hat sich übrigens bei uns gemeldet. Und hat sich bedankt dafür, dass wir diese Synchro so hervorgehoben haben. Und, äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Wie gesagt, hat mich sehr gefreut, weil ... Jan Gustafsson empfohlen. Ja, gut. Ähm, ich fand den ziemlich lame. Also, das Ding ist auch, mittlerweile ist so diese Rezeptur, äh, Jason Statham, also, das ist ja so unterfordernd und immer das Same und ... Aber der war, ich mein, der nimmt sich nicht ganz so ernst. Das muss man, glaub ich, äh, ihm zugutehalten. Aber ansonsten ist das alles so ein Quatsch. Und, keine Ahnung, hat mich irgendwie ... Ich find auch diese ganzen John-Wick-Klone mittlerweile so ermüdend. So, ich weiß nicht. Das hat so überhand genommen. Und dann hab ich, ähm, hab ich aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht, was der Aufhänger war, True Romance noch mal mir reingezogen. Welche Version? Weiß ich nicht. Weil es gibt ... Also, hast du den auf DVD, Blu-ray, irgendwas? Ähm, ja, hab ich auch. Aber du hast ... Aber du warst so faul, sie reinzulegen. Genau. Okay. Weil es gibt ja, ähm, ein ... Hab ich hier vor Gericht, oder was? Nein, nein, ich ... Pass auf. Ich hab die halt auch noch nicht gesehen. Und die will ich mir halt auch noch mal demnächst angucken. Es gibt ja so eine Art, äh, also eine Version, die nennt sich Tarantino-Cut. Weil sie wohl ein bisschen mehr anhand des Drehbuchs, äh, von Tarantino geschnitten worden ist. Und nicht eben der Reihenfolge oder dem Drehbuch folgt, was Tony Scott dann daraus ... Ja, nee, ich glaub, das war der normale Cut, nicht der Tarantino-Cut. Aber es ist tatsächlich so, es ist ja ein Drehbuch von Tarantino. Und, ähm, ich hab danach auch noch Natural Born Killers geguckt. Weil was ich nicht wusste, ist, dass das mal ein Film werden sollte. Das hab ich irgendwo gelesen. Und das hat mich interessiert. Das sollte ... Also, Tarantino hatte die gesamte Geschichte, ähm, dass das eigentlich das gleiche Pärchen wohl ist. Was also in Natural Born Killers Amok läuft. Und die irgendwie da, ähm, in True Romance irgendwie so sein. Ich weiß nicht genau wie, weil die sind ja schon sehr unterschiedlich in den jeweiligen Filmen. Mhm. Aber, ähm, das hat mich irgendwie interessiert, weil ich das schon ewig, beide Filme ewig nicht mehr gesehen hab. Mhm. Und, ähm, ich hatte ja auch, ehrlich gesagt, beide ein bisschen in besserer Erinnerung. So. Also, ich fand die cool. Und man erkennt auch, es gibt ... Jeder Film hat ein paar Szenen, die ich richtig gut finde. Aber so richtig rund überzeugt hat mich keiner mehr. Und ich hatte so das Gefühl, beide Filme wären besser gewesen, wenn Tarantino-Regie geführt hätte. Hattest du dann Natural Born Killers auch noch geguckt? Ja. Okay. Genau. Ich hatte Natural Born Killers, ist eine lustige Story. Da haben wir uns reingeschlichen. Wann kam der raus? 94? 95? Guck doch, da ... Irgendwie ... Weil ich weiß, den hab ich im ... 94. Den hab ich nämlich im Kino gesehen. Mit 15 oder 16 haben wir uns ins Kino reingeschlichen. Wir wussten ehrlich gesagt nicht, was Natural Born Killers ist, aber der Name war so cool. Klingt geil. Das muss einfach cool sein, Natural Born Killers, alles klar. Da müssen wir rein. Dann noch, dass der ab 18 war. Dann haben wir uns da reingeschlichen in irgendein Frankfurter Kino, wo wir wussten, dass der ... Dass die an der Kasse in den Scheiß egal ist. Und dann waren wir drin und waren so verstört in diesem Film. Und ich bin da rausgekommen und hab gesagt, was war das mit diesen Schwarz-Weiß-Segmenten? Und hä, ich raff überhaupt nichts mehr und alles ist crazy. Und jetzt hab ich den als Erwachsener noch mal geguckt und das ist ein ganz anderer Film für mich gewesen. Also hat ganz anders, hat viel mehr Sinn ergeben alles und ist eigentlich gar nicht so weird, außer dass der halt so ein paar stilistische Mittel verwendet. Aber er ist eigentlich nicht so weird und so schwer zu verstehen. So. Und, ähm, ja, trotzdem auch irgendwie, es ist halt einfach ein sehr brutaler Film. Ähm, aber ja, ich weiß, ich hatte ja irgendwie Bock, beide zu gucken noch mal unter dem Aspekt, dass das beides Tarantino-Stories sind. Und irgendwie hat man so, da merkt man noch mal so, dass er auch als Regisseur, also du brauchst ihn, glaub ich, als Regisseur. So irgendwie, weil er lässt die Szenen länger atmen. Wenn wir später über Hateful Eight sprechen, okay, da hätte er vielleicht ein bisschen zu viel atmen lassen, können wir drüber diskutieren. Aber so, ne, da wirkt so eine Szene ganz lang. Da lässt er diesen Leuten so ganz viel Zeit. Und das ist bei beiden Filmen, hast du so, äh, zum Beispiel hier bei, ähm, True Romance, diese Szene zwischen Christopher Walken und, äh ... Dennis Hopper. Dennis Hopper. Die ist eigentlich so gut, aber beide spielen außerhalb von dieser Szene eigentlich überhaupt keine Rolle mehr so. Also Christopher Walken taucht kaum noch auf und er gibt so eine starke Performance. Dennis Hopper ist noch mal kurz zu sehen, aber so, du denkst dir irgendwie so bei ... Das hätte viel mehr Gewichtung haben können. Du hättest diesen Charakteren viel mehr geben können. So hatte ich das Gefühl bei vielen, ähm, auch bei True Romance, bei den ganzen Schauspielern, die da mitspielen, dass die irgendwie nur so ... Ja, weiß ich nicht, die hätten noch viel mehr ... Da hätte Tarantino, der hätte noch anderthalb Stunden länger gemacht, den Film. Ich wollt grad sagen, für mich klingt's nach einem normalen Tarantino-Film dann in dem Sinne. Ja, aber da irgendwie ... Der hätte da noch mehr Zeit mit den Charakteren verbracht und nicht irgendwie so ... Weiß ich, das hat mir irgendwie ... Irgendwas hat mir da gefehlt. Keiner, das hat mich nicht so ... Tony Scott ist das, ne? Der ... True Romance. True Romance, ja. Oliver Stone ist ... National Born Killers ist Oliver Stone. Ich muss auch sagen, von beiden Filmen gefällt mir True Romance deutlich besser. Ja. Weil der halt irgendwie dann doch noch eine Ecke ruhiger ist als eben National Born Killers und National Born Killers. Ich weiß auch nicht, über die Jahre hinweg, ich hab den, keine Ahnung, in vielleicht jetzt zwei oder drei Versionen gesehen, aber immer wieder hab ich das Gefühl, da kommt noch ein Directors Cut oder da ist noch irgendeine ungeschnittene Fassung, die ich noch nicht kenne. Also, man liest immer wieder zig verschiedene Zeiten und Längenangaben zu diesem Film und ich hab keine Ahnung, welche Version ich jemals gesehen hab so. Ich weiß zum Beispiel, es gibt eine Version oder es gibt zumindest eine Deleteziehen, kennst du noch diesen Fantasy-Film Die Barbaren mit den beiden Bodybuilder-Brüdern? Mit denen zu liegen. Ja, genau. Die tauchen auch bei Natural Born Killers auf. Das sind so zwei Irre, die sich im Namen von Mickey und Mallory, also von Woody Harrelson und Joel Lewis, dann ebenfalls durchs Land begeben und Leute irgendwie umbringen. Und irgendwie siehst du die dann später, glaub ich, mal amputiert, weil sie sich die Beine abgeschnitten haben oder irgendwie sowas. Und all so ein Kram, weißt du, du kriegst immer wieder allen möglichen Scheiß mit zu diesem Film und fragst dich, wann kommt da eigentlich mal eine Version raus, die man so ein bisschen als endgültig betrachten kann. Weil selbst bei Blade Runner gab's irgendwann mal eine Fassung, die nennt man dann halt den Final Cut so. Oder beziehungsweise das ist dann irgendwie der letzte Directors Cut, aber danach war auch Schluss. Und bei dem hab ich das Gefühl, da gibt's alle fünf Jahre kommt nochmal eine neue Version raus. Das ist der Grund, warum ich mir gesagt hab, ich glaube, nach Natural Born Killers hat sich Tarantino gesagt, fuck it, ich mach's selbst. Denk ich auch. Also dass er wirklich gesagt hat, die Filme geguckt hat und auch nicht hundertprozentig zufrieden war, was aus seinem Source-Material geworden ist, gesagt hat, das kann ich besser. Also, der war, ich hab mich wie gesagt da so ein bisschen reingelesen und der war ja wohl auch, ähm, der hat's ja komplett ferngehalten. Also der hat wirklich nur diese Storys geschrieben und dann wurde er auch nicht mehr konsultiert oder so. Zumindest bei Natural Born Killers ist der komplett irgendwie wohl raus gewesen. Also der hat dann nicht noch, wie bei From Dusk Till Dawn oder so, noch mitgewirkt, sondern das war wirklich abgegeben an Oliver Stone. Also klassisches Drehbuchschreiben dann nur und dann ... Ja, so ein ... Genau. Ja, oder er brauchte Geld, ne? Also ich meine, das war auch ... Ist ja auch noch sehr früh dann. Eben, es war noch ziemlich früh, er brauchte irgendwie Geld und ich glaub, er hat's dann einfach auch ... Vielleicht in dem Glauben irgendwas Besseres, weiß ich nicht, machen zu können, beziehungsweise noch vielleicht ein bisschen mehr Mitsprache zu haben oder eben, dass jemand wie Oliver Stone das besser versteht. War das damals schon ein Name? Ich bin mir grad unsicher. Er? Oliver Stone jetzt. Oliver Stone? Klar. Ja, zu dem Zeitpunkt. Ich mein, der hat das Drehbuch von Scarface geschrieben. Ja. Aber die haben, wie gesagt, er hat das mit jemandem geschrieben, das Drehbuch. Ich weiß nicht mehr, nicht Roger Avery, aber irgendein ... Ich weiß nicht, mit irgendwen hat Tarantino's geschrieben und die hatten das als Fünf-Stunden-Epos. Klingt nach Tarantino. Und es wollte natürlich keiner kaufen. Und dann haben sie da zwei Drehbücher draus gemacht, an verschiedenen Studios verkauft. Und, ähm, ja, dann hat er nicht mehr gesehen. Ja, und dann irgendwie, ne? Also irgendwann musst du dich entscheiden, willst du jetzt ein bisschen Geld haben, um vielleicht weitermachen zu können? Oder willst du halt ewig drauf hocken und warten, dass es, äh, weiß nicht, so einen zweiten Silvester Stallone-Moment gibt, in dem du halt wirklich alle Fäden in der Hand hast? Aber weiß man halt nicht. Ja. Ja, und ich mein, so wie's jetzt, sag ich mal, im Nachhinein gekommen ist, ist es ja, glaub ich, für ihn auch okay. Aber wie alt war er da? Wie alt ist Tarantino? 1994? Wie alt war da Tarantino? Er muss doch sehr jung gewesen sein, eigentlich. In den 30ern, vielleicht Anfang 30 oder so? Ist ja auch schon mal ... Ich find's schön, dass es für dich sehr jung ist. Naja, also, ne, im Vergleich, wenn man sich jetzt mal die Leute anguckt, die irgendwie ihre großen Filme gemacht haben, der ist 63 geboren, ist jetzt grade 61 Jahre alt. 61, ja, 31. 31. Er hat dann zwei Hollywood-Filme mit Oliver Stone und Tony Scott geschrieben, ist ja schon nicht so schlecht. Plus kurz danach halt, ne, wann war das? 400? Plus kurz davor sogar schon seinen eigenen Film rausgehauen. Und ich mein, er war ja, äh, der kam ja nicht von der Filmschule oder so, sondern der war ja Videothekar so ungefähr. Ey, schreib doch mal was Cooles, ja, alles klar, hier hast zwei Hollywood-Filme. Schon nicht so schlecht. Könnte ich nicht. Na, glaub ich, die wenigsten. Und das ist halt das Ding. Das ist halt das Ding. Auch so ein Damien Chazelle, da zieh ich den Punkt hoch. Ich wollte grade sagen, Damien Chazelle hatte schon einen Oscar in dem Alter. Wie alt ist der? Boah, der hat doch mit 23 oder so angefangen. Der ist, glaub ich, jetzt, der ist, also, Eddie, der ist immer noch jünger als ich, also, äh, oder als wir, äh, dementsprechend. Ähm, was ist der? Der ist 39. Das ist doch unverschämt einfach. 39. Unfair. Und hat schon irgendwie, weiß ich nicht, hat schon mindestens zwei Filme gemacht, die irgendwo an der 100-Millionen-Dollar-Budget-Grenze. Und einen Oscar hatte das schon. Und einen Oscar, ja. Jesus Christus, stell mal vor, du bist Mitte 30, hast einen Oscar gewonnen. Ja, dann ist ja die Frage, kommt noch was? Kommt noch mehr? Reicht das? Beziehungsweise ist das vielleicht der Grund, um dann an deinen Ansprüchen zu scheitern? Also, Oscar war nicht immer gleich nur ein Erfolgslegerant, ne? Nee, aber ich glaube, dass einfach manche Leute einfach auch einfach gut sind. So, nicht alle haben sich irgendwie politisch dahin manövriert, sondern es sind einfach gute Leute, die, äh, schon das Handwerk auch machen, was sie gut können, so wie ein Tarantino oder wahrscheinlich auch ein Damien Chazelle. Und, äh, ich glaube, die werden dann auch in Zukunft gute Filme machen, weil die halt einfach irgendwie, so wie halt Messi. der kann halt Fußball spielen. Aber wie heißt denn auch dieser Franzose, der auch Mami gemacht hat? Der war doch noch jünger. Xavier Dolan. Ja, der ist doch noch... Der hat sich sogar schon zurückgezogen, ne? Also, der hat schon, glaube ich, seine Karriere... Der kann Bock mehr auf die Scheiße. Ja, genau. Der hat sein Karriereende schon bekannt gegeben, vor 40, glaube ich so. Also, auch gut. Auch gut. Wenn man kann. Wenn man kann, ne? Was hast du gesehen? Ähm, viele der Sachen oder der Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, über die darf ich witzigerweise noch nicht reden. Na toll. Ja, ähm, aber ich war jetzt... Komm, gib mal an. Ähm, Abigail, Spy Family und... Was war das dritte? Schon wieder vergessen. Was denn Spy Family? Spy Family ist eine Anime-Serie. Und, ähm, spielt in einem fiktiven Kalten Krieg zwischen, äh, Vestalis und Ostania. Jetzt darfst du dreimal raten, was die Grundlage dafür ist. Mhm. Und, ähm, die Hauptfigur ist ein Superspion, der sich innerhalb von einer Sekunde jede mögliche Verkleidung anziehen kann. Mhm. Und, ähm... Clever und smart. Ja, genau, wollte ich grad sagen. Wie war clever und smart? Und, ähm... Kennt er nicht. Doch. Also, vom Namen her zumindest. Ähm, nee, und, äh, in der Serie soll er halt, ähm, muss er halt an eine bestimmte Person rankommen und muss dafür eine Familie gründen. Ach, davon hab ich gehört. Doch, 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 ich weiß. Genau. Ist das wie Jackie Chan's Spy Daddy, oder was? Keine Ahnung. Und, äh, am Ende ist es halt, ist in dieser Serie gibt es eigentlich immer nur so kleine Snippets aus dem Leben dieser Familie. Denn die Tochter, die er adoptiert, ist per Zufall Telepatin. Die Frau, die er sich sozusagen als Scheinfrau aussucht, ist eine Auftragsmörderin. Und der Hund, den sie adoptieren, der kann in die Zukunft sehen. Natürlich. Alles klar. Und, äh, es ist saulustig. Weil viele dieser Situationen, die dann entstehen, sind halt komplett over the top, komplett verrückt. Die witzigste Folge aus der Serie, aus der ersten Staffel, die ich jetzt nur gesehen habe, ist, wenn sie versuchen, ihre Schülerinnen in so eine Elite-Uni oder in so eine Elite-Schule einzuschleusen und die aber alle möglichen Leute rausschmeißen wollen, indem sie sie mit unmöglichen Sachen konfrontieren. Und natürlich sind sie aber genau darauf immer vorbereitet und haben auch das dritte Paarwechselklamotten dabei. Hoffentlich hast du jetzt nicht zu viel erzählt. Nee, das ist die Serie. Ach so, okay. Zum Film darf ich ja nichts sagen. Ach so, ah, okay. Ach so. Nee, äh, Film. Ähm, ich hab, äh, ich war in meinem Elternhaus übers Wochenende und hab da seit sehr, sehr, sehr langer Zeit mal wieder lineares Fernsehen gesehen. Verrückte Zeit. Und, ähm, auf, glaub, was war Vox, lief der erste Ich-einfach-unverbesserlich-Film, den ich dann hab mal laufen lassen und da ist mir aufgefallen, wie gut mir der auch immer noch gefällt. Ich finde den immer noch enorm klasse. Die Minions sind nicht annähernd so nervig, wie sie es später dann mal irgendwann wurden, ne? Die Kiddies sind super cute und haben gute Momente. Und der Humor des Films ist teilweise für einen Film dieser Art so dunkel und so düster. Äh, alleine die, äh, könnt ihr euch an die Szene mit der eiserne Jungfrau erinnern? Ja. Es ist so ein guter Gag, den man in diesem Film nie, also den man in einem Film dieser Art nie hätte vermutet. Ist der erste der mit Eis fällt? Äh, ja. Ja, okay. Mit McDonough. Ja, genau. Äh, und auch da, äh, synchron, technisch ganz hervorragend und ich hatte echt überraschend sehr viel Spaß wieder mit dem Film. Ja, Entschuldigung, mir ist gerade nur eingefallen, dass, äh, für Teil 4, kommt ja jetzt. Kommt echt noch ein vierter? Ja, es kommt ein vierter Teil und sie haben angeboten, Oliver Rohrbeck und Martina Hill als Gäste, äh, rumzuschicken. Das muss ich noch antworten. Trinkst du es doch nicht, Daniel. Ja, das würde eh nicht klappen, aber ich versuch's. Ich versuch's hier. Oliver Rohrbeck, ich versuch's hier anzurufen und zu erreichen. Und ja, für, ich einfach, um verbessere ich 4, hier ins Studio zu kriegen. Ähm. Du, ich, ey, das sind Filme, die guck ich mit den Kindern. Also, beziehungsweise, das ist so, ich weiß nicht, das war schon von vornherein Films, wo ich wusste, das ist so Familienprogramm. Ja. Als Neuliches kann ich den Film immer gern gucken. Aber selbst da gibt es ja durchaus auch Qualitätsunterschiede. Und da würd ich sagen, es gehört ja schon mit in die obere Hälfte mindestens. Aber es ist witzig, dass du das erzählst, weil ich kann mich erinnern, dass ich den Läuft-gleich-bei-Vox-Bot-bei-Vox gesehen hab. Und ich auch kurz davor war zu sagen. Wieso guckst du Vox? Ich hab keine Ahnung, beim Durchsappen oder was weiß ich. Warum zappst du? Warum denn nicht? Einfach mal so, es ist Spaß. Was suchst du im Leben? Ich finde halt nie was. Wann sind ja zappt denn heutzutage noch? Vielleicht gibt's was. Also ich sag mal so, ich zappt nicht mehr im linealen Fernsehen, weil ich irgendwie bis auf, sag ich mal, den einen Fernseher keinen Fernsehempfang auf diesem Gerät habe, also auf allen anderen Geräten habe. Aber ich kann halt bei, ich zappt sehr gerne bei Sky durch die jeweiligen Channels. Du hast Sky. Ich hab Sky, ja. Jedenfalls, was ich sagen wollte war, dass ich auch da kurz davor war, da hängen zu bleiben. Wir haben vor einiger Zeit mal darüber geredet, dass es so Filme gibt, wenn die irgendwo laufen, dass man da einfach hängen bleibt. Gut für das. Und sich denkt, so, warum eigentlich nicht? Und ich einfach und verbessere jetzt auch so einer. Also ich bin da jetzt nicht hängen geblieben, im Gegensatz zu dir. Ah, so knapp, so knapp. So knapp, aber ... Aber ist, also ich mein, also warum wunderst du dich? Lineares Fernsehen, Streaming-Dienste, die Unterschiede sind doch mittlerweile ... Ich wollte grad sagen, was Netflix macht. ... nicht mehr so groß. Also wenn du jetzt das normale Basis-Abo bei Netflix hast, hast du Werbung, bei Amazon hast du Werbung. Das hab ich noch nicht auch gemerkt. Was soll das eigentlich? Naja. Geld. Geld. Das ist ja unverschämt, ich zahl ja. Ah. Merkst du? Merk ich. Ja, das ist halt ... Das ist unverschämt. Genau, und da mein ich halt, da sind halt die Unterschiede zum linearen Fernsehen jetzt auch nicht mehr wirklich gegeben. Oder nicht mehr so groß. Und manchmal hat man, finde ich, was wir ja grade sehen beim Fernsehen schon so, dass man sagt, okay, ist jetzt irgendwie grade so ... Hält mich dazu an, den Film zu gucken. Hätt ich Bock gehabt, hätte ich ihn mir dann auf irgendeinem Streaming-Dings angeguckt, ohne Werbung und so weiter. Aber allein so als Tippgeber, was man mal wieder gucken könnte, warum eigentlich nicht? Das zum einen. Und ich mein, bei manchen Filmen ist es ja auch mal ganz gut, zwischendurch eine Pause zu machen. Also vielleicht, weil sie halt nicht die allerspannendsten sind und so weiter. Die Gefahr ist natürlich immer groß, dass man bei einem anderen Film landet und den dann halt weiterguckt. Also so geht's mir oft immer. Aber ich weiß nicht, wie viele Menschen ich schon getroffen und gehört habe, die gesagt haben, oh ja, dann steh ich mal auf, hol mir was zu trinken. Weiß nicht, hol mir irgendwie Wäsche zum Zusammenlegen oder Bügeln. Ein Handwerker, um gegebenenfalls das marode Studio zu reparieren und so weiter und so fort. So bin ich zum Beispiel zu einem meiner absoluten Lieblingsfilmer gekommen. Zum Beispiel? Monarch. Monarch. Weißt du, du bist großer Fan. Wie waren die? War Vox oder was? Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wo der damals lief. Ich bin auch immer noch großer, großer Pushing Daisies Fan. Das war damals meine Lieblingsserie, als sie bei ProSieben, glaube ich, ausgestrahlt wurde. Da war Werbung und dann habe ich weitergesappt und dann lief irgendwo Monarch. Und da bin ich so krass drauf hängen geblieben. Was hat dir daran gefallen? An Monarch? Ja, also irgendwie muss da ja direkt was ... Dieses Komplett ... Ich mag Musicals generell sehr, sehr gerne. Und dann dieses Komplett over the top, dieses ... Alle Gefühle sind in ihrer krassesten Form da. Und die Liebe ist dann die größte Liebe der Welt. Und die Trauer ist die größte Trauer, die man überhaupt verspüren kann. Theatralik auch. Genau. Und das liebe ich halt generell sehr. Und das ist halt ... Monarch macht das von vorne bis hinten perfekt. Ist er 90s oder 2000er? Ich glaube, der ist später. 2000 oder 2001, glaube ich. Irgendwie so die Richtung. Das war doch Christina Aguilera und so Zeit. Ja, genau. War der in dem Film, oder? Das ist der Titeltrack, der am Ende im ... Ich bring das immer so ein bisschen durcheinander mit ... Wo ist das bei ... Chicago. Große Haie, kleine Fische, glaube ich. Da hatten sie auch ... Ja, äh, Carwash. Carwash, genau. Mit dem Namen Carwash. Den bring ich hier noch ein bisschen durcheinander. Witzig, wenn Carwash am Ende von Moulin Rouge gelaufen ist. Ja, hätte auch gepasst. Meiner Ansicht nach. Ja, gut. So, meine lieben Freunde, was hab ich denn zuletzt gesehen? Alles. Alles, ja. Aber ich muss eine Lanze brechen für einen Film, der auch viel zu lange an mir vorbei existiert hat. Und ich schäme mich dafür, dass ich ihn jetzt erst zu mir genommen habe. In the Line of Duty 3. Best of. Also, wer heutzutage von Actionfilmen spricht, ja, und die In the Line of Duty-Reihe meiner Ansicht nach weglässt, beziehungsweise nicht erwähnt, Nein. Ist das asiatisch? Ja. Hongkong, 80er. Best of. Mit Hauptrolle Cynthia Kahn. Cynthia Kahn ist eine junge Dame, die hat eigentlich einen anderen Namen. Die heißt eigentlich, ähm ... Das klingt nicht nach einem asiatischen Namen. Yang Li-Tzing. Aber die kam halt in einer Zeit hoch, als Michelle Yeoh, damals noch bekannt als Michelle Kahn, schon ein Star war, gerade im Hongkong-Kino. Und Cynthia Rothrock, ebenfalls zum Star des Asiatischen. Asiatischen-Action-Kinos, aber jetzt halt auch in Amerika dann aufgestiegen ist. Und was hat man sich gedacht? Okay, wir brauchen eine neue Darstellerin. Michelle Yeoh hat gerade geheiratet, beziehungsweise gerade nicht so viel Bock auf Filme. Und Cynthia Rothrock ist wieder in den USA. Also nehmen wir doch einfach jemanden und nennen sie Cynthia Kahn. Wie heißt der? Line of Duty? In the Line of Duty 3. Aber er findet nur irgendeine Serie. Hast du drei eingegeben? Und hier geht's um eine Polizistin, der man eigentlich nicht so viel zutraut. Sie ist eigentlich Streifenpolizistin, aber schafft's halt bei einem normalen Streifendienst, einen Typen richtig geil fertig zu machen, beziehungsweise einen Überfall zu vereiteln. Und dann wird sie halt in so eine Art Spezialeinheit gesteckt. Aber die Spezialeinheit ist noch so ein bisschen in der Ausbildung und ist auch nicht so wirklich versiert. Schafft es dann auch nicht, beziehungsweise kommt es dann zu einem Juwelenraub, der dann nicht vereitelt ... Ultra Force heißt der auch. Ja, ey, das ist ... Also die deutsche Titelgebung, Ultra Force, Red Force, was weiß ich, Force, ist wirklich auch wieder so ein ... Das ist so geil, wie viele Filme dazugehören. Wie bei Karate-Tiger. Oder auch Force of the Dragon gibt's auch. Ja, und noch mehr Titel wahrscheinlich. Aber das ist ja genau, ist wie so Karate-Tiger, dass halt mehrere Filme, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, dann unter einem Dach zusammengefasst worden ist. Auf jeden Fall muss sie halt in diesem Film hier, der keine besonders gute Story hat, aber dadurch hervor sich hebt, dass er halt ein wirklich wundervolles Antagonisten-Paar hat. Also sie muss halt gegen ein Liebespaar antreten, Killer, Diebe und irgendwelche gleichzeitig auch noch Terroristen. Und weil sie halt immer wieder in das Handwerk dieses Paares fuscht, nimmt das Handwerk oder will das Paar dann irgendwann noch Rache nehmen. Ey, und dieser Film, es ist eine Taktung, es ist unglaublich. Du hast in den ersten fünf Minuten direkt eine Action-Szene. Pause, zwei, drei Minuten, wieder eine Action-Szene. Dann ein bisschen Erklärung, ein bisschen Einführung, werden auch mal die Antagonisten ein bisschen stärker beleuchtet als in vielen anderen Filmen, wieder Action-Szene. Und wirklich bis kurz vor Schluss, also wirklich so die letzten fünf Minuten, also du denkst noch in zehn Minuten, okay, da war jetzt irgendwie großer Feuerkampf, Schießerei, ist irgendwo in der Verfolgungsjagd geendet und hat so eine Prügelei in so einer Schiffswerft nach sich gezogen. Denkst du, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt ist alles cool. Zehn Minuten hat der Film noch. Nee, packen Sie noch mal zwei Action-Szene mit rein. Es ist eine Taktung, es ist fantastisch. Und Stunts und Kämpfe, Hammer. Und hier, sie wird noch ein bisschen oft gedubelt, Cynthia Kahn. Das ist in den späteren Filmen nicht mehr der Fall so, aber trotzdem alles super schön und point geschnitten. Es gibt nur ein, zwei Kämpfe, da hab ich mich gefragt, warum sie das gemacht haben, da sieht man nämlich wirklich sehr stark, dass die angespeedet worden sind. Also, dass sie halt für schneller gemacht worden sind. Und es ist halt leider dann doch ein bisschen unfreiwillig komisch so, ja. Ich hab mir das dann in 1,5-facher langsamer Geschwindigkeit angeguckt. Also 0,5. 0,5, genau. Da hat's dann gepasst. Also würdest du sagen, besser als Beekeeper? Also, ja, besser als Beekeeper, weil aber auch diese Filme, sag ich mal so, völlig frei von irgendwelchen Ballast sind so, ne? Also, das, was sie drin haben, das tragen sie alles offen auf der Brust. Und dieses Unterschwellige bei Beekeeper mit hier dem New Economy Diss und dann aber auch den Schneeflocken, die da gedisst werden und dann den Arbeiter, in dem man hier zur Seite steht und so weiter. Dieses ganze Subversive plus noch die Frau Präsidentin, die dann irgendwie ein rotes Kleid trägt in Anspielung auf gewisse andere Präsidenten und so weiter. Der Sohn von der Präsidentin ist der Oberbösewicht. Ja, also, solche Sachen sind da halt nicht drin. Ja, also, wie gesagt, wenn die irgendwelche Vorurteile, irgendwelche Sexismen und sonst irgendwas, dann wird das offen ausdiskutiert. So, und nicht ganz so unterschwellig wie bei Beekeeper. Und deswegen, ey, ich werd mir jetzt noch die anderen Teile reinziehen, weil ich find das von dieser Taktung her, und die sind so sorgenfrei, die Filme. Die erzählen da einfach ihre billige, wir müssen zwei Verbrecher zur Strecke bringen, Geschichte, und packen das mit so viel Action voll, wie's geht. Und das find ich großartig. Ich find's wirklich großartig. Gut, so, was wollen wir jetzt machen? Neustarts oder News? Kommen wir mal in die Neustarts, oder? Ja, die sind schnell durch. Ja, dann würd ich auch sagen. Komm, hier sind unsere Neustarts für diese Woche. So, wir haben heute diese Woche leider keinen Supercut. Das hat sich leider nicht so ganz ergeben. Aber wir können hoffentlich hier und da ein paar Trader laufen lassen. So, im Kino startet nicht so viel, beziehungsweise nicht so viel von größerem Interesse. Aber ich hoffe, ich hab hier nur so zwei, drei Titel noch zusammenbekommen, die halbwegs auf Interesse stoßen werden. Ich denk mal, Back to Black wird einiges an Interesse auf sich ziehen. Es ist ein Biopic über Amy Winehouse von Sam Taylor-Johnson, der Regisseurin von About a Boy und Fifty Shades of Grey. Nowhere Boy, meinst du? Bitte? Nowhere Boy. Nowhere Boy, Entschuldigung, Entschuldigung, hab ich die Boy-Titel durcheinander gemacht. Nowhere Boy. Und ja, erzählt halt den Werdegang von Amy Winehouse, als beginnend im Teenager-Alter bis halt hin zu ihrem Todestag. Und ja, ist für mich kein guter Film. Es ist für mich ein schlechter Film. Warum? Weil er, ähm, ja, weil er halt A, die Geschichte vollkommen falsch erzählt. Also wirklich vollkommen verdreht und so hinbiegt, wie es irgendwie, sag ich mal, filmisch vielleicht halbwegs Sinn ergibt. Aber zwischen dem Gewinn ihres Grammys, der hier relativ gen Ende des Films gezeigt wird, und ihrem Tod liegen halt noch drei Jahre. Ich glaub, mindestens drei Jahre, in denen sie halt ne wirklich sehr schlimme Zeit hatte. Und hinzu kommt, dass, und hier, guck mal, hast du Sinn? Mhm. Das lag nicht an unserer Kopie. Nee, ja. Soll das Pete Doherty sein? Nee, äh, hier, Blake, Blake. Okay. Ihr Mann dann, oder? Ja, ihr Ehemann. Ähm, also, er verdreht und verbiegt die Geschichte. Und vor allem verbiegt er, oder beziehungsweise stellt er einige Figuren offensichtlich, ganz offensichtlich falsch dar, was man halt wirklich anhand der Dokumentation Amy von Akif, wie, boah, ich sag's gleich noch mal, ähm, deutlich nachvollziehen kann. Es gibt ne wirklich wundervolle Dokumentation zu Amy Winehouse von den Machern von Senna. Und der zeigt halt den Werdegang richtig, und hier, wie gesagt, es wird verdreht, es wird gebogen und Leute werden halt komplett falsch dargestellt. Das ist ja das Problem, weil ich finde, jetzt werden sicherlich viele argumentieren, ja, was ist denn zum Beispiel mit Bohemian Rhapsody? Aber dadurch, wie es in Back to Black gemacht wird mit dem Verdrehen von zeitlichen Abständen und vor allen Dingen mit der neuen Darstellung von Figuren, da werden halt, ich nenne es mal ganz, ganz plakativ, Schurkenfiguren beziehungsweise Figuren, die einen sehr negativen Einfluss auf Amy Winehouse Leben hatten, um Gottes Willen, werden plötzlich eher als Heldenfiguren dargestellt. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich hab nichts dagegen, wenn man sagt, aus dramaturgischen Gründen fasst man irgendwie Auftritte zusammen oder packt den einen Song, weil er grad besser passt, vor das Erscheinungsdatum des anderen Songs. Darum geht's ja gar nicht. Weil das verzerrt letzten Endes nicht so viel. Aber wirklich zu sagen, diese Figur war wahnsinnig wichtig im positiven Sinne für das Leben und in Wirklichkeit, wenn man sich das mal durchliest, war es genau andersrum. Das finde ich schon schwierig bei einem Biopic. Liegt das nicht auch irgendwie daran, dass die als Produzenten drin hängen? Also dieser Film wurde mitproduziert von der Amy Winehouse Foundation, Legacy in, was weiß ich, irgendeine Vereinigung. Und ich könnte mir vorstellen, dass die oder dass der Vater da schon sehr daran beteiligt ist. Und was hier mit dem Vater angestellt wird, tut mir leid, Freunde, das ist halt einfach, es ist Bullshit. Es ist wirklich Hanebüchen der Bullshit. Der war in echt ganz schlimm, ne? Ja, was heißt, der war in echt ganz schlimm? Also es gab eine Phase, das war kurz vor ihrem Tod. Da hat sich Frau Winehouse nach Miami zurückgezogen, um dort wieder klarzukommen. Und ihr Vater oder ihrem Vater ist nichts Besseres eingefallen, als mit einem Fernsehteam in eben diese Rehab zu fahren und da irgendwie versuchen, eine Art Pseudo-Reality-Doku irgendwie aufzunehmen. Während sie eigentlich dabei ist, zu entziehen. Und man sieht in der Amy Winehouse-Doku Ausschnitte aus dieser Fernsehgeschichte, wo sie halt wirklich da steht und man ihr anmerkt und sie sagt auch, dass sie das nicht möchte. Dass sie was dagegen hat. Und hier in diesem Back-to-Black-Film gibt's eiskalt eine Szene drin. Und das ist so, wo ich mir halt denke, Sam Taylor-Johnson, warum ... Warum erhebst du da keinen Einspruch? Beziehungsweise, ihr Produzenten, warum erhebt ihr da keinen Einspruch? Ihr wisst doch genau, dass man das eiskalt als Lüge entlarven kann. Da sitzt Amy Winehouse da in einem Pub mit ihrem Vater zusammen und sagt, oh, Daddy, I want to go to relap. Und was macht der Vater? Schnappt die Jacke, let's go! Ey, ich musste laut auflachen. Und wirklich, das ist eine Szene an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Aber wie ist das jetzt ein Widerspruch zu dem davor? Es stimmt halt null! Weil der Vater einer war, der ... Also so ist es wohl überliefert. Das hat uns auch ein Kollege erzählt, der sehr in der Vita von Amy Winehouse drin ist, dass der Vater eben die Person war, die sie immer abgehalten hat, davon in den Rehab zu gehen. Stichwort Karriere. Und jetzt hier zu sagen, er ist die Initialzündung, so ein bisschen, dass sie in die Rehab geht, find ich schwierig. Dann kommt noch hinzu, der Film sieht wirklich nicht gut aus, weil Sam Taylor-Johnson irgendwie ein Problem mit Bildformaten, Bildausschnitten hat. Jeder Kopf ist irgendwie abgeschnitten. Und wir haben uns schon überlegt, wir haben uns im Kino gefragt, ob vielleicht das Format falsch ist. Aber offenbar nicht. Also das sieht man ja auch gerade im Trailer. Und was ich halt am schlimmsten finde, der Film endet mit dem Satz aus dem Off von Amy Winehouse, ich möchte als das in Erinnerung bleiben, was ich war, nämlich ich. Eigentlich, also ich sag jetzt nicht so viel aus, aber für so ein Biopic passt das. Ja, und als was geht diese Person aus dem Film raus? Nicht als grandiose Musikerin, sondern als Säuferin, die von ihren Männern irgendwie in die Sucht und in ein dramatisches Leben gebracht wurde. Ist die letzte Szene dann oder wie? Nee, also genau, dieser Off-Kommentar ist die letzte Szene, genau. Und dann denk ich mir aber, als was stellst du sie denn dar? Ja, du willst sie ja offentlich als Alkoholikerin in Erinnerung lassen und nicht als Musikerin. Ich glaub, dass man richtig mitbekommt, was für eine erfolgreiche Sängerin sie auch war. Zehn Minuten vor Schluss, 15 Minuten vor Schluss, wenn sie da in der Rehab sitzt und plötzlich gibt diese typische Szenenmontage, wenn man sieht, wo sie überall Platz eins ist und wie viele Alben sie verkauft hat und so. Zehn, 15 Minuten vor Schluss. Und vorher, sie singt mal hier, sie singt mal da, aber das ... Hinzu kommt Mark Ronson zum Beispiel, der mitentscheidend an dem ganzen Erfolg war, genauso wie ihre Band, mit der sie zusammen das ganze Album aufgenommen hat, Back to Black, die halt auch immer aufgetreten ist. Die hat ja wirklich, jeder Auftritt ohne die Band war ja fast eine Katastrophe, weil sie halt so auf die abgestimmt war. Und die Besten hat sie halt immer mit dieser Band gehabt. Das spielt alles keine Rolle in diesem Film. Wir lernen hier nur, da ist eine junge Frau, die hat Bock irgendwie auf Party und auf Drogen und lässt sich nicht viel sagen und möchte irgendwie ihr eigenes Ding durchziehen. Fein. Aber das ist ja nicht die Frau, wegen der wir irgendwie uns diesen Film anschauen. Wir schauen uns diesen Film an, weil's halt Amy Winehouse ist, die eins der erfolgreichsten Alben aller Zeiten gemacht hat, irgendwie fünf Grammys bekommen hat, eine Fusion aus Alt und Neu geschaffen hat, wie sie vorher nicht da war. Und der wichtigste Produzent, die Band, und niemand kommt zu Wort, wird nicht mal thematisiert. Und am Ende hör ich mir hier einen Blake, wie heißt der, Fielder, Civil an, der irgendwas von Toxität und toxischer Beziehung und sonst irgendwas erzählt, während er im Knast sitzt. Und ich mir denke, dem Pappsäufer soll ich jetzt diese Sprüche abnehmen? Never ever. Ja, niemals hat der das gesagt. Niemals hat der das gesagt. Er hat sogar selbst zugegeben, dass er sie mit harten Drogen in Kontakt gebracht hat und dass es mit seiner Schuld war, warum sie teilweise so einen richtig krassen Absturz hatte. Die musste ja erst mal irgendwie einen Entzug machen von den harten Drogen, um sich überhaupt mit ihrem Alkoholismus zu beschäftigen. Ja, und dann sehe ich da zwei Figuren, die im Film gesehen und ich, oder zumindest für meine Empfindung, jegliche Verantwortung von sich schieben. Beziehungsweise nicht mal eine Verantwortung bekommen. Und was ich noch viel schlimmer finde für einen Musikerinnen-Biopic, du könntest den Musikpart einfach rausnehmen. Und es würde nichts an dem ändern, was der Film dir am Ende mitgibt. Und ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig, eine Balance zu finden in Biopics zwischen Privatleben, weil ein bisschen was will man ja auch wissen, und es ist ja auch Teil dieser Person, und eben dem Erfolgspart. Aber so wie es hier aufgeteilt ist, finde ich, ist eine Frechheit. Muss ich wirklich sagen. Außer er ist wirklich, wir haben bislang nur Negatives gesagt, weil es auch bisher einer der schlechtesten Filme ist, die ich dieses Jahr gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist grandios gespielt. Also die Darstellerin geht voll in ihrer Rolle auf. Muss man wirklich sagen. Ich kannte die vorher auch nicht. Du wirst gleich herausfinden, wie sie heißt. Äh, ja. Oh Mann, Marisa Abella. Die hat unter anderem, war sie bei Barbie mit dabei. Und sie ist tatsächlich so ein Grund, weswegen man sich diesen Film anschauen könnte. Ja. Sie singt teilweise die Songs selbst. Ich glaube aber, zumindest war das mein Eindruck, vor allem die älteren Songs, wo Amy Winehouse noch ein bisschen höher war. Und alles, was so ein bisschen tiefer wieder geht, das sind dann halt Playback-Songs. Aber sie singt halt auf jeden Fall einen Song selbst. Und das war schon erstaunlich gut. Und am Ende hast du halt eine Performance von Rehab, sieht man auch im Trailer. Und da muss ich wirklich sagen, das fand ich schon wahnsinnig gut. Das sind drei Minuten im Film, wo ich zumindest sagen kann, für die drei Minuten hat sich das drumherum fast gelohnt. Das klingt halt jetzt auch nach etwas, was natürlich vollkommen eher zu Recht anprangert und kritisiert, aber auch nach sehr viel Hintergrundwissen. Glaubt ihr, also mal abgesehen vom Film, also vom Format und so, dass der Film dann auch ohne dieses Wissen über die gesamte Geschichte der Person anderen Leuten vielleicht dann besser gefallen könnte? Kann ich mir vorstellen, muss ich sagen. Ja, also wenn du es nicht weißt, aber ich weiß nicht, ich glaub, Leute, die sich vor allem für Amy Winehouse interessieren, gehen in diesen Film rein. Und wenn irgendwie ein Kritikpunkt von Queen-Fans kam, dann war es ja eigentlich immer, dass die Geschichte halt vollkommen falsch dargestellt wird. Nicht unbedingt, dass sie halt schlecht dargestellt wird, sondern halt falsch dargestellt wird. Na, zumindest bei Bohemian Rhapsody kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich das alles nicht wusste und ich mochte den Film sehr. Ich mochte Bohemian Rhapsody auch und ich wusste, Teile davon stimmen nicht. Wie gesagt, ey, ist ja alles in Ordnung. Der war gar nicht bei Queen, ne? Nee, der war eigentlich bei den Rolling Stones und wurde dann so Scherbe. Hat mich aber auch nicht gestört. Nee, ey, vielleicht, wenn du es nicht weißt und einfach unbedarft da reingehst, um dir mal anzugucken, was mit der Frau eigentlich war, ja, dann muss ich sagen, geh bitte danach noch mal in die Videothek. Nee, Videothek ist schwer, aber versuch halt irgendwo auf dem, ja, versuch auf dem Streaming-Dienst die Dokumentation von Asif Kapadia, so heißt der Mann, die reinzuziehen, weil die ist so viel besser. Die ist so viel besser. Dieser ganze Medienrummel und so weiter. Diese Frau stand von, wirklich noch vor ihrer Karriere stand die schon unter medialer Beobachtung beziehungsweise alles, was sie gemacht hat, wurde aufgenommen. Es gibt so viele Archivaufnahmen, die sie da rausgeholt haben, wo du halt dich fragst, Alter, die ist ja mit der Kamera irgendwie an der Hand, ist die aufgewachsen so? Ist es jetzt die jüngste Künstlerin oder Künstler, über die es jetzt so einen Riesen-Biopic gibt? Eigentlich schon, oder? Naja, also ... Ist ja 27 geworden. Genau. Ich weiß nicht, Janis Joplin hat schon eins, oder? Es ging eher um ... Ach so, was ... Das war ja 2006, oder so? Ach so, ja, das meinst du? Genau. Ja, könnte schon sein. Über Billie Eilish kam doch nix, ne? Die sind ja noch. Stimmt. Ja. Noch. Noch. Aber ja, also ich kann Back to Black nicht empfehlen. Und was mich halt auch wirklich gewundert hat, ist halt eben dieses ganze Ding mit den abgeschnittenen Köpfen. Ich weiß nicht, die Szene bei der Hochzeit, die sieht man im Trailer in ihrer gesamten Größe. Ja, aber du hast ein Hochzeitsbild, wo halt die Köpfe des Brautpaares abgeschnitten sind. Also das ist so ein Postkarten- oder so ein Fotomotiv. Aber hier hört's auf. Deswegen, also, keine Ahnung. Ja, gut. So, dann haben wir noch La Chimera von Alice Rohrwacher. Kennt man vielleicht wegen Glücklich wie Lazaro zum Beispiel. Den hab ich mir angeguckt. Ist ein Film über einen Grabräuber. Piffelmedien. Ja. Ein Film über einen Grabräuber, der versucht mit anderen zusammen in der Toskana, ja, eine Grabkammer der Etrusker zu finden. Und gleichzeitig, er verfolgt aber noch ein anderes Ziel, denn er ist auf der Suche nach einem Tor ins Jenseits. Und mir hat irgendjemand gesagt, oder ich hatte es irgendwo gelesen, dass dieser Film so ein bisschen wirkt halt, wie gesagt, wie Indiana Jones, nur ohne Action. Also stell dir vor, ein Indiana-Jones-Film, ohne dass die Action existiert. Ich glaub, auch in dem Trailer gibt's irgendwo diese Pressestimme, so, bester Indiana-Jones-Film des Jahres. Okay. Und das Ganze ist ein bisschen übernatürlich. Das Ganze schildert aber auch sehr viele Menschen wohl an der Armutsgrenze und ist wieder so ein bisschen auf der einen Seite echt sehr real, auf der anderen Seite halt auch schon ein bisschen überhöht. So. Bisschen magisch überhöht. Und das muss man wohl akzeptieren und mögen, gerade wenn man die Filme von Alice Rohrwacher kennt. Und dann kann man sich auf diesen Film mal einlassen. Mich interessiert der, weil ich bin gespannt, was sie daraus macht. Ich mochte glücklich wie Dazaro. Auch wenn ich mir ein bisschen ... Da steht's, okay. Auch wenn ich mir ein bisschen was anderes darunter erwartet hatte. Aber dementsprechend neugierig bin ich jetzt auf den. Du hast ihn noch nicht geguckt. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Du? Nee, aber mein Arbeitskollege hatte vorhin geschrieben, ob wir über den sprechen. Meinte, ganz, ganz fantastisch. Und für ihn einer der besten Filme der letzten Jahre generell. Okay. Also er fand ihn richtig toll. Na dann. Und auch der Hauptdarsteller hat auch irgendwie längere Zeit im Auto gepennt, einfach um in diesen Modus so Method-Acting-mäßig reinzukommen. Ja, genau. Joshua Connor. Joshua Connor, ja. Also ich wusste vorher von dem Film nichts, hatte mir dann vorher noch den Trailer vorher angeguckt. Und das sieht nach sehr, sehr cool, einfach sehr cool aus. Ich freu mich tierisch. Ich bin sehr gespannt. Ja. Gut, und dann, meiner Meinung nach, die größte Empfehlung diese Woche im Kino, auch wenn er mir nicht hundertprozentig gefallen hat. Konfupanda 4. Das erste Omen. Fast. Sehr nah beieinander. Hast du Omen? Was sagst du zum Omen? Boah, den hab ich das letzte Mal ... Keine Ahnung, wann ich den das letzte Mal gesehen hab. Oder meinst du den Club? Hast du den Club zum letzten Mal gesehen, der die gehört? Nee, ähm, weiß ich gar nicht. Aber das ist quasi ein Prequel? Das ist ein Prequel. Erzählt die Vorgeschichte, beziehungsweise erzählt die Geschichte einer jungen Frau aus, ich sag mal, schwierigen Verhältnissen. Kann man das sagen? Weiß man ja nicht so wirklich. Ja, okay. Es deutet sich aber an, in den ersten Momenten, wenn sie in Italien ... Nee. Nee. Also, sie kommt nach Italien an eine, äh ... Was ist das? Nonnenschule, Waisenhaus. Waisenhaus. Das ist ein Waisenhaus. Ja. Und soll aber halt auch direkt demnächst als offizielle Schwester quasi ... Es ist so ein bisschen Nonnenausbildung. Ja, genau. Also, die eine hat ja so ein Ritual und wird dann ja quasi zur offiziellen Nonne, während sie dann so ein bisschen, äh ... Ja, die Praktikstelle hat, beziehungsweise in der Ausbildung ist. Und in diesem Waisenhaus, wie soll das anders sein, sind plötzlich ein paar Kinder dabei, die sich merkwürdig verhalten. Aber auch generell ist alles nicht so ganz ... Also, hier und da reimen sich, ähm, ein paar mysteriöse Vorfälle zusammen. Und dann wird sie auch noch von einem Pfarrer auf der Straße angesprochen, der sagt, oh, hier, da geht Schlimmes vor in diesem Kloster und du musst aufpassen. Und das ist alles nicht so, wie es scheint. Und ja, wir erlernen bald dann daraufhin, ähm, was er damit gemeint hat, beziehungsweise was das für Folgen eben für diese junge Frau hat, die von Nell Tiger 3 meiner Ansicht nach schon ganz gut gespielt wird, aber auch eine Szene bekommt, die meiner Ansicht nach demnächst, äh, ein Meme werden wird. Das Possession-Ding. Ja, das Possession-Ding. Hm. Das geht zu lang. Findest du? Ja, das geht zu lang. Das ist TikTok-Länge, ne? Muss man so leider ehrlich sagen, bei Horrorfilmen mittlerweile. Es ist halt ... Ich hab erst durch, äh, Kollege André Hecker, hab ich Possession gesehen. Und das ist kein Film, den man montags morgens gegen acht noch schnell gucken sollte, wenn man einen Podcast später aufnimmt. Ähm, und dementsprechend kam mir die Szene mit Isabel Adjani sehr, sehr lang vor. Und ich weiß nicht, wie sich das mit den beiden verhält. Ich hatte die Regisseurin jetzt, Akasha Stevenson, die hatte ich jetzt im Interview, und sie hat halt auch zugegeben, es ist absolut genau die Inspiration hinter dieser Szene gewesen. Hat ja auch durchaus bei den beiden Filmen einen ähnlichen Hintergrund, wenn ich mich richtig erinnere. Also warum da Dinge passieren. Ja. Ey, ich find den Film, also jetzt das First Omen, muss ich sagen, der hat inszenatorisch ein paar echt starke Momente. Und das Bedauerliche ist, oder das ist bei dem Film, ärgert es mich tatsächlich, das ist einer dieser Filme, bei denen es mich richtig ärgert, wenn ich merke, ey, da findet was richtig Gutes statt, und dann torpediert es sich wieder selbst. Und das ist bei diesem Film leider ein paar Mal der Fall. Wenn dann halt, also, wenn halt wirklich eine sehr unheimliche, creepy Szene entwickelt wird, und dabei im Begriff ist zu entstehen, und man dann nicht der Versuchung widerstehen kann, dass am Ende noch ein lautes hinterhergeschoben wird. Das sind so Sachen, wo ich halt denke, oh, bitte, lass es doch einmal sein. Lass es doch einmal sein. Genauso wie dieses Kloster. Das könnte alles, das könnte alles relativ nüchtern und, und, wie soll man sagen, ungenre-mäßig seinen Horror, seinen Unwohlfaktor entfalten. Wie das Original eigentlich. Wie das Original. Aber nein, man muss dann immer noch ein bisschen bedrohliche Musik noch drunter legen, die Szenerie muss dann immer noch ein bisschen ... Nicht subtil. Ja, also, nur mal ein Beispiel. Sie findet irgendwann im Laufe des Films, findet sie einen Raum. Da geht sie rein. Der führt in einen Keller. Und dieser Keller ist halt wirklich verranzt hoch zehn. Und alles, was sie da findet, ist in einem ... Sehr viele Spinnweben. Ja, mit einem Aktenschrank und die Glühbirne bitzelt und was weiß ich. Und ich denk mir so, ja, irgendwas muss damit sein. Ist ein Horrorkeller. Ja, genau, ist ein Horrorkeller. Irgendwas muss damit sein, irgendeine besondere Bewandtnis hat es jetzt damit auf sich. Anstatt, dass dieser Schrank einfach irgendwo ganz normal in einem Flur oder einem Büro steht, wo keiner was merkt. Ja, aber dann ist untergräbt ein ... Das würde ja das Ganze untergraben. Das ist mein größter Kritikpunkt an dem Film. Die ganze Hintergrundgeschichte, was da eigentlich vor sich geht, erinnert an einen ... Wie hieß er? Dan Brown ist das, ne? Illuminati oder so was. Einen sehr schlechten Dan-Brown-Roman. Ja, aber das mein ich ja. Weil es halt eben nicht in einer Normalität gelassen wird, die dadurch halt eben einen Schrecken bekommt, wenn das Ganze wie so ein typischer Behörden-Aktengang gehandhabt wird. Weißt du? Also ich finde, der Film hätte einfach ein bisschen mehr Normalität, ein bisschen mehr ... Also ein bisschen weniger Genre-Flair deutlich besser gestanden, als eben dieses Schwesteroberen will ich sehen. Aber kommt das nicht vielleicht aus ... Ich kenn das Original nicht. Kommt das vielleicht daher, weil es ist ja ... Es soll ja alles Geheimgesellschaft und die Kirche hinter der Kirche und so. Ist das nicht auch in dem Original dann so? Aber es wird sehr dezent gehalten. Okay. Also es wird dezenter gehalten als da. Es ist vorhanden, aber das Problem ... Oder das Ding ist ja, warum ist ein Exorzist so stark? Warum ist ein Omen immer noch als ein Klassiker angesehen? Weil die es halt meiner Ansicht nach nicht in einer Welt haben stattfinden lassen, in der alles irgendwie schon aussieht, als sollte es in den Trailer rein. Dann verstehst du, was ich meine. Ja, ja. Also das sind ... Und das ist ja auch das Ding. Es sind ja Kleinigkeiten. Ich versteh halt einfach nicht, warum man immer wieder auf diese Methoden oder Settings oder auf dieses Stilmittel zurückgreift, wenn es doch, sag ich mal, anders, eine deutlich andere Schockwirkung, eine deutlichere Gruselwirkung hätte, indem man's vielleicht ein bisschen normaler lässt und dann plötzlich die Erkenntnis hat, ach du Scheiße. Verstehst du, was ich meine? Also das ist halt einfach nur nicht gleich auf Anhieb wirkt wie ein Horrorfilm, in dem's um Nonnen geht. So ein bisschen mehr aufs Sister Act machen und dann ... Wär auch gut. Aber das ist halt, ne, ich will jetzt auch nicht zu fies sein, weil, wie gesagt, der Film macht ja meiner Ansicht nach ein paar echt geile Momente auf. Und es gibt eine Szene, ähm, ich weiß nicht, war das im Trailer eben angedeutet? Ich hab's nicht so ganz gesehen. Hast du die, über die alle reden? Ja. Nee, war nicht drin. Okay, also es gibt eine Szene, da hab ich gedacht, holler die Waldfee, dass sie die drin haben. Ist, glaub ich, auch in einigen Ländern schon raus, ne? Ihr meint das mit der Hand. Ja. Leute, der Film ist noch nicht mehr ... Es spoilt doch nicht die geilste Szene im Film. Nein, es ist ... Du hast gar keine Ahnung, worüber es geht. Ja, jetzt weißt du, es geht um die Hand. Ja. Ja, aber das ist nicht annähernd das, was du dir kommst. Ja, aber trotzdem, der Film, den hat ja noch niemand gesehen außer euch. Aber ich muss eine ... Sag doch, da ist eine coole Szene drin. Gut, da sind mehrere coole Szene. Ja, gut, aber ich will nicht wissen, was für eine Szene ... Aber es wird ja sehen. Ja. Und diese Szene, wie gesagt, diese coole Szene, hat mich gewundert, dass sie da drin ist. Gab wohl auch dann, das hat sie erzählt, tierische Probleme mit der Freigabe. Aber es war ihr wichtig, dass sie drin geblieben ist, weil es die Themen des Films und das, was sie aufmacht, äh, einfach sehr, sehr genau illustriert. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich fand die Szene großartig. Wie gesagt, ich fand auch danach noch zwei, drei Szenen großartig. Ich find auch die Idee dahinter großartig. Ich versteh noch nicht ganz, du hast das erste Omen nie gesehen. Das ... Den ersten Film, nein. Hast du nie gesehen? Nein. Deswegen versteh ich halt wiederum hier nicht. Der Film, und das fand ich ein bisschen schade, auf der anderen Seite waren sie aber auch gut in Szene gesetzt, hangelt sich an gewissen Schlüsselmomenten des Originals ab. Beziehungsweise, hangelt sich ab, ist ein falscher Begriff, beziehungsweise klingt negativer. Spiegelt das. Sondern, äh, greift noch mal bestimmte berühmte Szenen aus dem Original auf, verändert sie aber halt. Und dann hat, sag ich mal, seine eigene Entsprechung dafür. Das fand ich ein bisschen schade, weil man sich halt nie, weißt du, so von dem Original lösen kann. Aber wenn es jetzt Menschen ... Und das war halt meine Überlegung danach. Wenn es jetzt halt Menschen gibt, die diesen Film zum ersten Mal sehen, obwohl sie das Original von 76, 77, keine Ahnung, nie gesehen haben, dann verstehe ich halt nicht, warum gewisse Szenen, gewisse Begriffe, gewisse Namen da drin vorkommen, weil diejenigen, die diesen Film zum ersten Mal gucken, ohne Vorwissen, nichts damit anfangen können. Also, das ist mir nicht aufgefallen. Ich kann mir vorstellen, dass es halt ... Das Einzige, was ich von das Omen kenne, ist halt die berühmte Kopfszene. Die hier auch gespiegelt wird. Ja, und das hab ich dann durchaus erkannt, in irgendeiner Art und Weise. Aber sonst ist es mir halt absolut nicht aufgefallen, dass es da in irgendeiner Form und Weise Verweise gibt oder sowas in die Richtung. Ja. Und ich ... dementsprechend ... Ich kann es verstehen, wenn du sagst, das sollte alles ein bisschen dezenter gewesen sein. Und ich fand auch, dass der Film sehr viel ... sehr viele Erklärbär-Dialoge hat. Dafür aber, dass er dann doch sehr viele ... ähm ... ja, um diesen seltsamen Begriff einmal auch zu erwähnen, sondern dieses Elevated-Horror-Ding hat. So dieses ... Es ist jetzt alles vielleicht mehr Interpretationsspielraum für die Zuschauer. Und, ähm ... das kommt irgendwie nicht so ganz zusammen. Aber ... ich fand der Film auch inszenatorisch. Der sieht ganz, ganz toll aus. Es gibt super viele Szenen. Das Italien der frühen 70er sieht richtig klasse aus. Ähm ... Bill Nighy ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler dabei. Der ist immer ein Gewinn. Ja, aber auch wieder einer dieser Filme, wo du weißt, okay, der ist nicht umsonst in diesem Film drin. Ja. Leider. Fair. Ähm ... Und ... eben, der hatte so viele, so viele Sequenzen, so viel ... ähm ... so viele Szenen, die mir jetzt auch immer noch ... nicht unbedingt nachhängen, aber an die ich definitiv noch lange Zeit denken werde. Wie gesagt, geb ich dir vollkommen. Geb ich dir vollkommen recht. Ich find's halt, bei dem Film, das ist einer dieser Filme, die mich ein bisschen halt ärgert, aufgrund der Tatsache, weil ich halt eben diese starken Szenen drin sehe. Und ich mich dann frage, warum baust du halt diese schwachen Szenen dann da mit rein? Oder warum baust du Szenen mit ein, die diese stärkeren Szenen irgendwie nicht kaputt machen, aber beeinträchtigen? Hm. Das find ich halt ein bisschen ärgerlich. Weil ich war echt überrascht. Ich hatte keinen Bock auf den Film, großartig. Fairerweise muss ich auch sagen, ich auch nicht. Und ich hatte aber genau aus dem Grund hab ich das Original vorher nicht gesehen. Der ist ja bei Disney Plus zu streamen. Weil ich einfach da reingehaut und kenne, okay, wie funktioniert's, wenn man das Original nicht kennt. Ja, guter Punkt. Und ich war mega begeistert. Ja. Du hattest ihn auch gesehen, ne? Ja, ich hab auch vorher alle Omen-Filme noch mal geguckt. Oh Gott. Also vom Original, ich kannte nur das Original und das Remake von 2006. Aber hab jetzt auch ... Am 6. Juni rausgekommen. Ja, ja, genau. Und ich hab aber auch noch mal 2, 3 und 4 geguckt. Mit dem 4. konnte ich dich ja sogar überraschen, dass es einen 4. Omen-Film gibt. Ich wusste nicht mal, dass es einen 4. Omen-Film gibt. Und ich muss halt ... Zehn Jahre später oder so kam der. Und ich, ja, da ist dann Damien plötzlich ein Mädchen. Es wird in Teil 4 und das ist ja im ... Nee, nee, das ist die Tochter von Damien. In Teil 4? Ach so, ja, ja. Aber worauf ich hinaus wollte war, dass in Teil 4 sogar erwähnt wird, dass Gott nicht sexistisch ist. Das heißt, der Teufel. Das heißt, das Kind des Teufels kann auch ein Mädchen sein. Ich find das so lustig, dass in das erste Omen, dass dahingehend aufgegriffen wird, dass das ja da wirklich Thema ist, dass es unbedingt ein Junge sein muss, wie auch schon im Original und so weiter. Man wusste es jetzt in damaligen Zeitungen noch nicht. Auch der Teufel geht mit der Zeit. Genau. Und wie witzig, dass der ... Auch der Teufel gendert. Und wie witzig das ist, dass der zweite Omen einfach Final Destination ist, ganz viele Jahre vorher. Das find ich sehr, sehr witzig. Ich muss auch sagen, ich hatte überhaupt keinen Bock auf das erste Omen. Wenn man das hört, jetzt kommt ein Prequel zu einem Film, von dem man ein Prequel, das man nicht benötigt hat, da denkt man dann ja auch wieder ... Und dann kamen aber die ersten Reviews raus. Und der kommt ja richtig gut weg bei der internationalen Presse, muss man ja wirklich sagen. Also das ist ja gerade für ein Regiedebüt, wie stilsicher die das inszeniert, was die für einen Blick hat, wie sie das Nonnenkloster und auch Italien drumherum, habt ihr schon drüber gesprochen, wie sie das alles einfängt, wie stimmig das ist, wie atmosphärisch das ist. Bin ich alles mitgegangen. Mich stören tatsächlich nur die Momente, in denen auf Biegen und Brechen die Verbindung zum Original-Omen hergestellt werden soll. Weil auf der einen Seite wird da drauf so geachtet, also es wird extra noch mal ausformuliert, wie da die Verbindung sein soll. Auf der anderen Seite tritt man dann aber Dinge, die das Original als gegeben hinnimmt, mit Füßen, ohne jetzt genau darauf einzugehen. Wo ich mir denke, ihr wollt ja unbedingt diese Verbindung schaffen. Der Film hätte auch ohne die Verbindung zum Omen als Non-Horror funktioniert. Wahrscheinlich haben sie es jetzt das erste Omen genannt, weil dann hat man ein Franchise wieder. Und dann greift ihr auf Dinge, die gegeben sind, aber nicht zurück. Also das verstehe ich wiederum nicht so ganz. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, und ich bin ja jetzt niemand, der pauschal immer auf Blumhouse rumhakt, man merkt, dass es kein Blumhouse-Film ist. Man merkt, dass es wirklich eine eigenständige Produktion ist, von der ich auch das Gefühl hab, da ist im Vorfeld viel überlegt worden, dass das nicht so als Content rausgehauen wird. Sondern dass man wirklich sagt, wir haben diese Version für diesen Film, egal ob sie im Vorfeld mit das Omen in Verbindung gebracht werden sollte oder nicht. Vielleicht hat auch jemand gesagt, ey, lass uns mal einen Non-Horror-Film machen. Und dann hat man sich überlegt, ja gut, wir klatschen da noch was rauf, um es besser zu vermarkten. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, was die Regisseurin noch macht. Also da muss ich wirklich sagen, die ist top. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich hatte den ersten Eindruck von ihr schon gewonnen, das war bei Brand New Cherry Flavor mit Rose Salazar. Gibt's, glaub ich, auf Netflix oder Amazon? Ist eine Netflix-Serie. Ist eine Netflix-Serie. Da hat sie die erste Folge von inszeniert. Und was man da auch schon feststellen konnte, die war schon stylisch. So, sind schon starke Bilder. Legion hat sie auch gemacht hier, diese Serie mit Dan Stevens. Hat sie eine Folge inszeniert. Und jetzt, ja, nach dem Film, der halt, sag ich mal, wie immer darunter so ein bisschen eben leidet, dass er halt so mit einem großen Klassiker irgendwie in Verbindung steht. Ähm, bin ich jetzt gespannt, was aus das Nächste kommt. Aber es gibt Szenen, allein die Eröffnungsszene, die finde ich, also, ihr habt schon darüber gesprochen, dass Szenen aus dem Original gespiegelt werden. Die allererste Szene finde ich besser als im Original. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hey. Die ist schon stark. Das glaub ich halt auch. Denn, weil der Vergleich sein muss, hattet ihr Immaculate gesehen? Nein, noch nicht. Okay, dann. Er übringt sich das. Es ist, wie gesagt, es ist nur komisch, dass halt direkt zwei so Nonnenfilme jetzt zu relativ engen Zeiten kommen. Es kommt noch ein dritter. Parallel zu Das Erste Omen ist ein Film raus oder kommt, ich glaub sogar diese Woche, der einfach nur Omen heißt. Von einem Indie-Verleih. Und der handelt auch von wieder so was. Okay. Naja. Aber ja, ich war überrascht von Das Erste Omen nach Exorzist-Believer und was alles irgendwie rausgekommen ist. Wie gesagt, hatte ich nicht so wirklich das größte Interesse, mir noch so ein Prequel anzugucken. Aber bei dem muss ich echt mal sagen, das gehört für mich auf jeden Fall zu dem Besseren. Und wer die Omen-Filme gucken will, alle bei Disney Plus außer Teil 3, den muss man sich leihen. Warum auch immer. Ja. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, euch den Dritten zu leihen, haben wir vielleicht noch ein paar Alternativen für euch. Hier haben wir ein paar Streaming-Titel. Streaming-Titel. You gotta stream it. Singst du das eigentlich manchmal so? Unter der Dusche? Unter der Dusche, ja. Jedes Mal bevor ich einen Film gucke, sing ich das. Weil du nicht an die Blu-ray willst. Hä? Weil du nicht an die Blu-ray willst. So. Ich bin froh, dass nicht nur ich das mache und die Blu-ray nicht aus dem Regal holen, obwohl man sie das schreibt. Ja, ist das eigentlich legal, wenn man einen Film hat, dass man den dann runterlädt, obwohl man ihn hat? Das machst du auch. Runterladen tatsächlich. Naja, ich hab halt viele ... Ja, nee, aber ich hab auch manchmal Filme, die hab ich im Regal und dann seh ich die auf einer Download-Plattform und dann denk ich mir, ja, ich kann jetzt runtergehen, die Xbox anschließen, die Blu-ray reinlegen und ich kann einfach kurz mal runterladen. Kommt auf den Preis an, oder? Würdest du jetzt 9,99 ausgeben, um dir den Titel zu leihen, oder wie? Ich hab ihn ja physisch. Auf Disc. Genau, ja. Du meinst, ob ich zahlen würde? Ja, das meine ich. So faul bin ich auch wieder nicht. Ich muss gestehen, ich glaub, für 99 Cent hab ich das schon gemacht. Doch, wobei, ich hab's mal für E.T. hab ich's gemacht. Naja, man guckt natürlich schon mal irgendwie, okay, auf welchem Streaming-Dienst, den ich habe, ist der Film vielleicht vorhanden. So. Aber wenn er da halt nicht vorhanden ist, ja, dann geh ich in den Keller. Das Problem ist, dass ich hab halt wenig 4K ... Gehst du in den Keller? Ja, ich hab wenig 4K-Blu-Rays halt, ne? So ein paar hab ich, aber ... Und wenn du dann 4K streamen kannst, ist natürlich dann ... Die Sammlung ist ja schon ... Also, DVD brauch ich ja gar nicht mal einlegen. Das sieht ja aus, als ob der Fernseher kaputt ist. Och, nur joh. Ja, da mach ich ja alte Blu-Rays. Ich hab irgendwie die erste Auflage der Blu-Ray von Donnie Darko neulich geguckt. Das ist ja kein ... Also, kann man auch die DVD gucken. Ja, ich glaub, die ist auch ein bisschen schäbig. Da haben sie einfach nur die DVD ... Ja, ja, genau. Das hab ich auch im Nachhinein dann erfahren, ja. Gut, so, was haben wir denn im Angebot? Einen Film, der vielleicht für Antje ganz interessant sein könnte oder halt für die Leute, die gespannt sind, wie sich David Correnswet demnächst als Superman schlagen wird. The Greatest Hits ... Ach so, ich dachte, du meinst Rocketman, weil ich den so mag. Ja, der kommt gleich. The Greatest Hits ist ein, wie soll man sagen, ein übernatürliches Drama über eine junge Frau, die ihren Freund verloren hat. Ach, der war das. Und sie ist jetzt aber mithilfe eines Lieblingssongs, oder ihres Lieblingssongs, ist sie in der Lage, in die Vergangenheit zu reisen für die Dauer des Songs. Also, so ein bisschen Butterfly-Effekt. Das gab's doch vor einer Weile. Press Play and Love Again hatte genau das gleiche Konzept, nur mit einem Mixtape. Siehst du? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wär der. Nee. Witzig. Lustig, das ist schon wieder so ein Stiefzwilling dann so gesehen. Ja, weil bei Press Play and Love Again hast du auch eine Frau, deren Partner verstirbt. Und dann kann sie mit dem Mixtape immer an den Ort zurück, wo im Leben gerade das Lied gelaufen ist. Also, wenn sie zum Beispiel irgendwie einen Partysong hört, dann ist sie plötzlich bei der Party, wo die beiden den Song das erste Mal gehört haben. Ah, okay. Das klingt genau wie das, tatsächlich. Und hier, wie gesagt, ist sie halt nur für die Dauer eines Songs, wenn ich's richtig verstanden hab, in der Lage, in die Vergangenheit zurückzureisen. Und dann auch vielleicht ein bisschen was zu machen. Aber vielleicht sind's auch mehrere Songs. Auf jeden Fall find ich schön, dass sie Schallplatten benutzen. Ja. So, und ja, Mr. Coneswet ist der nächste Superman. Hier kann man sich vielleicht ja schon mal so ein bisschen von seinen Qualitäten überzeugen, wenn man denn Bock hat. Aber ja, dann machen wir doch direkt mit Musik weiter. Auf Netflix ist jetzt auch Rocketman erhältlich. Für viele ja das deutlich bessere Biopic, was berühmte Musiker angeht, im direkten Vergleich mit ... Besser als Back to Black? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, würd ich auf jeden Fall sagen. Ich mein, Elton John hat halt den Vorteil, der Film geht bis, weiß ich nicht, I'm Still Standing, wann war das, 1982 oder so. Danach war Elton John, sag ich mal, brav. Und man kann auch nicht mehr wirklich viel zu ihm so groß berichten. Aber all die wilden Jahre, die werden von diesem Film meiner Ansicht nach ganz gut abgedeckt. Beziehungsweise fand ich's irgendwie cool, dass das alles eher so eine Art Musical ... Es ist ein Musical, ja, ja, auf jeden Fall. ... stattfindet. Und halt eben so seine Form wählt, um die Geschichte von Elton John und den Werdegang zu erzählen. Hast du den mal gesehen gehabt? Nee. Guck ihn mal an, ist gut. Ja, interessiert mich nicht so echt. Nee, witzigerweise war ich mit der Musik von Elton John auch nicht so vertraut. Am Ende ist man überrascht, wie viele Songs man kennt. Ja, nee, also Elton John ist mir schon ein Begriff mehr. Auch Kind der 80er, so. Aber es hat mich jetzt einfach ... Ich hab mal angefangen, die erste Szene, glaub ich. Das ist ein bisschen viel. Ja? Ja. Ein bisschen viel. Der macht Spaß. Ja, ich hab ja auch schon, wie gesagt, schon ... Und der scheut sich halt nicht vor einigen Dingen zurück, vor denen sich noch Bohemian Rhapsody nicht getraut hat. Sex und Drogen. Sex und Drogen, ja. Also gerade Drogen wird hier offen mit umgegangen. Ja, so. Dann haben wir einen Film, den hab ich mir mal von Antje geliehen. Und jetzt kann ich ... Jetzt krieg ich ihn endlich wieder. Ich kann stolz sagen, ja, ich gebe ihn zurück hiermit. Guck mal, Eddie, so geht das. Man klar, du hast ihn auch jahrelang gehabt. Nö, nicht alt. Nö. Nö. Aber lange. Ein Jahr. Ein Jahr, ja. Da waren wir noch im Alpen. Vielleicht ein Jahr. Lass ihn ruhig verstehen. Ob das jetzt als Vorbild für mich taucht ... Er passt ja sehr gut. Ja, aber OSS, wie gesagt ... Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich hab auch noch eine Blu-ray von Eddie zu Hause. Auch bestimmt schon zwei oder drei Jahre. Was? Falling down. Echt? Hast du geguckt? Nein, noch nicht. Das ist immer so. Man leitet sich was aus, man guckt's einfach nicht. Ja, hast du OSS? Siehste. Ich hab dir doch damals The Rider auf DVD geliehen. Mittlerweile gab's den auf Blu-ray. Ich hab den halt jetzt, du kannst den behalten. Ich hab mir die Blu-ray mittlerweile geholt. Das ist der falsche Weg, Antje. Aber ich wollt ihn ja nicht auf Blu-ray haben. Weil das ist nämlich für ihn die Bestätigung, um das weiterhin so durchzuziehen. Ja, geht halt in meinen Besitz über. Na gut, aber er hat ja jetzt nur die DVD, ich hab die Blu-ray. Ja, okay. Das Gute ist, ihr wisst, eure Filme sind bei mir gut aufgehoben. Sortiert im DVD-Regal eines Tages. Hohe ich's da raus. Ich find's verrückt, dass ihr das alle noch wisst. Weil wenn ich mal in mein Blu-ray-Regal gucke, ist es manchmal so, ah, den hab ich doch da ausgeliehen. Vor zehn Jahren. Und ich glaube, wir haben ja mal zusammen gewohnt, und ich glaube, ich hab bis heute noch eine Blu-ray von dir. Kann gut sein. Nämlich Scott Pilgrim, den hab ich mir nie geholt. Vermisst du den? Vermissen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ja, das ist meine Blu-ray. Okay, dann muss ich dir meine Gelegenheit mitgeben. Ja. Vampires Kiss ist jetzt tatsächlich schon etwas länger bei Amazon verfügbar. Aber ich habe gesehen, und das war ja der Grund, weswegen ich mir die Blu-ray hier von Antje ausgeliehen habe, hier ist ja die Langfassung drauf. Mhm. Die bislang in Deutschland nie erhältlich gewesen ist, beziehungsweise die Fassung, die in Deutschland bislang erhältlich war, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, glaub ich, die war immer acht Minuten kürzer. Also um acht Minuten geschnitten. Und jetzt auf Amazon ist tatsächlich die Langfassung enthalten. Also auf der Blu-ray sind die Szenen, die dazugekommen sind, sind ja noch nicht synchronisiert. Ist bei der Amazon-Fassung genauso. Okay. Also alle Szenen, die, sag ich mal, vorher nicht enthalten waren, sind im englischen Original. Okay. Und das ist so tatsächlich auch ... Das hab ich schon zweimal tatsächlich gesagt. Ähm, das ist dann halt auch insofern interessant und lustig zu sehen, wie der deutsche Synchronsprecher Nicolas Cage anlegt. Und man sich manchmal wundert, ist der besoffen? Was macht der da? Warum wechselt der mitten im Satz die Tonlage so? Und dann siehst du aber halt, was Cage erzählt hat. Und was auch ... Und das ist genauso. Und das ist dann halt auch ähnlich, ja. Und dann, was aber auch interessant ist, der Originalfilm oder in seiner Originalfassung ist der Film schon relativ vulgär, ja. Wo er halt irgendwie, keine Ahnung, die Vampirfrau, die ihn da gebissen hat, irgendwann als, was weiß ich, you dirty cunt bezeichnet oder so. Und auf Deutsch sagt er, wie kannst du mich alleine lassen? Es ist schon ein bisschen merkwürdig. Es geht hier um einen ... Was ist er? Verleger? Er ist bei einem Buchverlag, glaub ich, angestellt. Ist er nicht so was wie ... Ich weiß es nicht mehr. Ist er nicht irgendwie Anwalt oder irgendwie so was? Er ist auf jeden Fall Juppie. Er ist auf jeden Fall Büro-Mensch. Ja, er ist auf jeden Fall ein Juppie. Und hat, ja ... ein sehr promiskuitives Leben. Also, er zieht abends ständig los und versucht, irgendwelche Frauen aufzureißen. Und eines Abends lernt er eine junge Dame namens Rachel kennen. Und die, ja, beißt ihm halt zum Höhepunkt in den Hals. Und von da an ist nichts ... In den Hals. Ja. Von da an ist nichts mehr so, wie es vorher war. Denn er beginnt zunehmend zu glauben, dass er ein Vampir ist. Während er verzweifelt seine Angestellte im wahrsten Sinne des Wortes quält oder nervt oder halt irgendwie auch schon fast foltert mit einem Vertrag von der Spiegel. Einem Spiegelvertrag, den seine Kanzlei irgendwie jetzt verlegt hat und den sie halt unbedingt finden soll. Weil er hat ihn bisher nicht gefunden. Und sie soll jetzt halt eben dieses Papier irgendwie aus den Archiven rausfischen, was ihn fast genauso sehr in den Wahnsinn treibt, wie eben die Beziehung zu Rachel. Ja. Und ich weiß nicht, er wird bei Amazon als Komödie gelistet. Klingt auch sehr albernd. Er kam mal als Horrorkomödie ins Kino. Aber der Film ist für mich eiskalt. Oder beziehungsweise ganz klar eine Vorstufe von American Psycho. Mit Vampiren. Ja, mit Nicolas Cage-DNA vor allem. Und mit Nicolas Cage. Ich kriege dieses Grinsen nicht aus dem Gesicht. Wenn ich an so manche Szenen in dem Film denke. Es ist eine der absurdsten, wann habe ich den nachgeholt? Vor einem Jahr oder so, kurz bevor ich dir den geliehen habe. Es ist eine der absurdesten Filmen, die ich jemals gemacht habe. Und wenn er da irgendwie auf dem Tisch tanzt und die arme Frau, die er die ganze Zeit maltratiert. Und es ist herrlich. Und es ist ja auch gewesen, bevor Nicolas Cage ja zum Meme wurde. Ja, also er wurde durch diesen Film. Oder gut, er wurde durch die, ja. Also eins der ersten Memes, an das ich mich auch richtig erinnern kann, ist halt aus dem Film. Das ist hier auch drin. Ja, ist es im Booklet? In dem Booklet drin. Das ist ABC, oder was? Also Freunde, wenn ihr jemals den Ursprung oder halt ... Ja, oh Mann, ey, diese Rede von ihm. Und so aus dem Nichts raus, ne? Ich kenne hier keinen, der hier schlechter ist als du und dem ich so einen Job aufdrücken könnte und was weiß ich. Also dieser Film ist wirklich bizarr in allen Formen. Und ich find's so lustig, dass es halt wirklich nichts ist, absichtlich lustig. Also da gibt's ja eigentlich keinen Gag drin oder keine wirklich offensiv lustige Szene, sodass man jemand auf eine Bananenschale ausrutscht oder sonst irgendwas. Sondern es ist alles unfreiwillig oder bizarr oder grotesk, komisch. Und Nicolas Cage on top. Und ich find, in dem Booklet wird ein schöner Ansatz noch mal präsentiert, den Cage dann auch im Audiokommentar sagt. Maler, bei Malern ist es vollkommen akzeptiert und normal, dass sie expressionistisch und verfremdend sind. Und warum ist das bei Schauspielern nicht so? Und das war wohl sein Ansatz, den er da halt vertreten hat. Ist ja auch nett. Ist nur schwierig, wenn's nur eine Person macht. Genau, das ist es. Aber die Kollision aus seiner Attitüde und der normalen, der anderen, den macht ja auch viel des Charmes aus. Und aber auch, ich find, der Film hat eine sehr unangenehme, der hat einen unangenehmen Grundton oder einen unheimlichen Grundton so. Weil ähnlich wie bei American Psycho nimmt da ja keiner wirklich Notiz von irgendjemand anderem. Egal, was du sagst. Die leben alle aneinander vorbei. Die leben aneinander vorbei. Es ist so dieses typische Patrick Bateman, obere, von mir aus möchte gern obere, 10.000 Lifestyle so. Du kannst erzählen, was du willst. Es gibt irgendwann mal, gibt's ein Gespräch zwischen ihm und anderen höheren Angestellten in diesem Verlag. Und er hat gerade seine Angestellte auf die Toilette verfolgt, bis sie ihm in der Waffe gedroht hat. Also er wollte halt, dass sie die Akte holt und rennt ihr hinterher. Heutzutage undenkbar. Und dann sitzen die halt danach, sitzt er mit seinen Arbeitskollegen irgendwie in einem Meeting und sie lachen sich alle drüber kaputt, dass er diese Frau auf die Toilette verfolgt hat. Das ist mir ganz furchterlich. Und sie hat schon bei der Kündigung gedroht. Und was weiß ich. Und du denkst dir halt so, ey, was ist das? Er verfolgt sie doch sogar bis nach Hause, oder? Nee, er kommt, als er hört, dass sie krank ist, fährt er, findet er heraus, wo sie wohnt, und besucht sie zu Hause und bringt ihr irgendwelche Medikamente, damit sie doch wieder zurück in die Arbeit kommen kann. So war das in den 80ern. Ja, so war das. Früher war nicht alles besser. Also, ein wirklich bizarrer Film, wo, glaub ich, niemand verstanden hat, was da eigentlich im Endeffekt bei rauskommt. Außer Cage, glaub ich. Der aber halt eben gerade durch Cage und eben wirklich durch viele geschichtliche Ansätze einen ganz speziellen Stellenwert irgendwie einnimmt. und ja, es ist ein essentielles Werk des Nicolas Cage-Kino. Meiner Ansicht nach auf jeden Fall. Denn diese Memes hier alle, das muss man mal in Aktion erlebt haben. ABC, das, was du gesagt hast. Oder auch dieses, dring ich zu ihnen durch. Ja, also, wirklich, es ist unglaublich. Und es ist alle fünf Minuten, es fängt schon damit an, als diese Fledermaus da ins Zimmer kommt. Ja. Und kurz bevor er den Raum verlässt, macht er noch so. Wo ich gedacht hab, was soll das? Was ist das? Aber es macht schon irgendwo Spaß. Und jetzt, wie gesagt, in der Langfassung. Ja, und dann haben wir noch auf Prime Video Hateful Eight, ein Film. Hateful Eight, Langfassung. Ja, ein Film, den man, falls man mal Zeit hat, immer wieder empfehlen kann, meiner Ansicht nach. Der bessere Western von Quentin Tarantino. Du magst Junko Unchained mehr? Ich mag beide sehr gerne. Ich find, sie sind schwer zu vergleichen, auch wenn sie, also, sie spielen zwar, sind zwei, irgendwie beide Western, aber sind halt so unterschiedliche Filme einfach, das, ähm, weiß ich nicht. Würde ich da jetzt nicht sagen, wer welcher besser oder schlechter ist. Aber ich mag den sehr, sehr gerne. Ist halt ein Kammerspiel. Und, ähm, ich finde, das ist so ein Film, da kann ich mich so richtig schön auf die Schauspieler und die Dialoge einlassen, weil nicht so viel anderes gibt, logischerweise. Aber das ist irgendwie, ich, äh, weiß ich nicht. Ich häng da den Schauspieler einfach an den Lippen und, ähm, ich kann mir da manches, ich kann den nicht so am Stück unbedingt noch gucken. Also, ich guck den nicht viereinhalb Stunden oder vier Stunden oder dreieinhalb Stunden, wie er lange auch geht, am Stück noch mal. Aber ich skippe zu einzelnen Szenen und guck mir die gerne an. Und, ähm ... Ja, gerade wenn sie, gerade wenn sie aus der, mit der Kutsche eintreffen und dann auf die Leute treffen, die bereits vor Ort sind. Es gibt da so viel zu beobachten. Jedes Mal, wenn ich den Film gucke, konzentriere ich mich auf einen anderen Charakter oder auf eine andere Situation irgendwie. Und, ähm, weiß nicht, ich finde das irgendwie, der hat eine Atmosphäre und die mich immer irgendwie wieder catcht. Weiß nicht. Es ist nicht der ... Er kann auch ein bisschen langweilig sein. Also, ich verstehe, wenn Leute sagen, dass sie den ein bisschen langweilig finden. Aber ich irgendwie, ich mag diese ... Der saugt mich da so richtig rein und dann bin ich da mit in dieser Kammer. Schon allein, wenn diese Tür immer aufgeht und der Wind kommt, dann friere ich. Wenn die die Tür zumachen, ist mir warm. Warst du erkältet? Hattest du irgendwie ... Ja, das kann natürlich das auch sein, dass die Erkältung war ... Ja, plus halt dann auch diese kleinen Momente, ne? Ich meine, wenn man mal genau drauf achtet, wenn Kurt Russell diese Gitarre nimmt, mit der Frau Jennifer Jason Leigh spielt, und sie dann zertrümmert. Und du siehst wirklich, du musst halt in dem Moment, musst du bitte ... Wie geschockt die alle sind. Du musst sofort auf Jennifer Jason Leigh achten, weil die ist wirklich geschockt, dass er jetzt diese Gitarre nimmt, die da ja wohl mehrere tausend Dollar wert war, und sie halt einfach mal zertrümmert. War kein Prop. Es war kein Prop. Und wirklich, die Reaktion ist halt einfach geil von ihr so. Von wegen so, oh oh. Sie ist auch fantastisch. Sie ist echt gut, ja. Sie ist so gut. Hat die eigentlich irgendeine Nominierung oder was gekriegt? Ich glaub, sie war für einen Oscar nominiert. Echt? Ich glaube, ja. Ja? Also, ich strafe mich Lügen, aber ... Weil ich hab den Film an einem denkbar schlechten Zeitpunkt gesehen. Es war damals mit einer Kino-Flatrate ein Vier-Filme-Tag, den ich mir gemacht hab. Es war der dritte. Und ich hatte am Tag vorher, weil spontan war eine Studentenfeier, hab ich nur irgendwie drei oder vier Stunden geschlafen. Ich hab den nicht ganz gesehen. Ich habe durchaus Sachen verschlafen. Tut mir leid. Aber ihre Performance ist mir wirklich noch stark im Gedächtnis geblieben. Das heißt, du hast den seitdem nie noch mal komplett gesehen? Ich bin kein Tarantino-Fan. Ich bin kein ... Ich find es nicht interessant, wie er Filme macht. Und dementsprechend guck ich seine Filme selten mehr als einmal. Er ist kein Moulin Rouge. Eben. Was waren die anderen drei Filme, die du an dem Charakter geguckt hast? Oh Gott. Weiß ich nicht mehr. Ist zu lange her. Okay. Okay. Welcher Film war das, wo ich eingepennt bin im Kino? Neben dir. Soll ich jetzt alle aufzählen? Nee, der, wo es unangenehm war, weil die Frau dann eben sich ... Da warst du mit Andi. Da warst du, glaub ich, in Godzilla Minus One. Okay. Da hast du so laut geschnarcht, dass Andi dich warm machen musste. Da war ich nicht dabei. Bei Hateful Eight bin ich auch mal kurz eingepennt. Ja. Ey. Er ist lang. Ich weiß noch, wir haben den ... Du hast den ja in 70 Millimeter damals gesehen. Im Savoy haben wir den. Und ich hab den im Abaton gesehen. Die Leute, die nicht aus Hamburg kommen, das ist quasi das Kino, wo du am engsten sitzt und die Beine nicht überschlagen kannst. Du musst da eigentlich so sitzen. Und dann, ja, wie du sagst, dreieinhalb Stunden. Seitdem hab ich den auch nicht mehr gesehen, weil ich das mit körperlichen Schmerzen in Verbindung bringe. Aber, also wirklich. Aber ich will den eigentlich auch noch mal gucken. Aber jetzt, Andi, jetzt ist er da. Ja, ich hab den auch zu Hause. Ich hab die Tarantino. So ging's mir mit Irishman, den haben wir im ... Im Passage gesehen. Im Passage gesehen. Im kleinen Saal da oben. Im kleinen Saal, dreieinhalb Stunden. Ich bin fast gestorben in diesem Kino. Ich konnte den Film nicht genießen, weil's so unbequem war. Und ich bin ja so ein Sacker, wie man sieht. Ich hutsche ja automatisch, auch wenn ich's mir vornehme, nach fünf Minuten hutsche ich so ran. Das ging dann nicht. Ist dann aber schon spannend, wie sehr auch das Umfeld dann so einen Filmgenuss beeinflussen kann. Ja, bei einem dreieinhalb Stunden Film, wo hauptsächlich gelabert wird, muss irgendwie es gemüht sein. Wenn man den zu Hause gucken würde, würde man zehn Zigarettenpausen machen und Snackpausen und weiß ich nicht was. Aber Tarantino ist einer von denen, die bei mir eigentlich immer beim mehrmaligen Gucken noch gewinnen. Also ich hab vor kurzem jetzt noch mal Once Upon a Time in Hollywood geguckt. Mit dem hab ich jetzt auch meinen Frieden gemacht. Der ist geil. Also ähm, der wird da garantiert auch noch mal von Puppet hier. Also Matze, fängst du jetzt noch mal an bei Reservoir Dogs. Das ist der eine, den ich wirklich häufiger geguckt hab, weil ich den sehr fantastisch Gut, dann machst du weiter mit dem nächsten und dann ... Gut, wir machen weiter mit unseren Mediatheken-Tipps. Da haben wir nämlich auch noch ein paar. Und zwar, was kann ich hier schnell abhaken? Ja, Last Action Hero. Arnold Schwarzenegger ist noch ein bisschen in der Mediathek von Dreisat. Dreisat? Hm, okay. Ich glaub, ich hab ihn in der CDF-Mediathek gesehen, was aber insofern das gleiche ist. Und da ist er halt noch bis zum 14.04. Also aufgepasst, nicht mehr so lange erhältlich. Ein kleiner Junge hat ein magisches Kinoticket und landet damit in dem Kinofilm seines Lieblings-Action-Helden in dem neuesten. Und ja, muss ich mit ihm jetzt einen Fall lösen, der ihn aber auch wieder zurück in die reale Welt führt. Ein Film, der seiner Zeit weit voraus war. Wirklich weit voraus. Und dementsprechend ist er auch gefloppt. Ich hab den geliebt als Kind. Ich hab das ewig nicht mehr gesehen. Ich war halt immer so ein klein, also am Anfang war ich so ein kleines bisschen enttäuscht. Irgendwie hat er mir nicht genau das gegeben, was ich wollte. Was aber auch schwierig war. Aber dann kam auch True Lies und dann war's auch wieder egal. Also inzwischen kann ich wirklich gut mit dem Film leben. Das ist auch so ein wiederkehrendes Motiv, dass Figuren in Filmen landen und dann das Genre entsprechend aufgreifen. Also der dann fürs Action-Kino, dann im tiefen Teil der Superbabes, den haben wir mal zusammen geguckt, für das Porno-Kino. Dann, aber wie hieß denn nochmal der Final Girls, das Horror-Kino. Purple Rose of Cairo, wo die Ellen. Und dann noch, ähm, wie heißt der noch, ähm, Isn't It Romantic gibt's bei Netflix mit Rebel Wilson, glaub ich, fürs Romance-Kino. Also irgendwie ist das ein Subgenre, das mir gefällt, muss ich sagen. Jo. Dann haben wir Inside Llewyn Davis in der ARD-Midiathek. Ein Film der Cohn-Brüder über einen Folk-Musiker, der durch Amerika reist, weil er halt auf der, also weil er sich bei einem bestimmten Produzenten vorstellen möchte. Aber er ist halt so ein notorischer Pechvogel, der immer sich ein bisschen zu sehr aufregt, der immer ein bisschen zu sehr, sag ich mal, die Leistung schleifen lässt, also sich nicht so sehr engagiert, von Couch zu Couch lebt. Zwischendurch nochmal vermutlich die Freundin eines Freundes geschwängert hat und jetzt die Abtreibung bezahlen muss und so weiter und so fort. Alles zu Zeiten, ich glaub 1961 soll dieser Film spielen, als Bob Dylan noch nicht auf der Folk-Bildfläche erschienen ist und der Folk-Boom noch nicht so vorhanden war. Und ja, es ist so eine typische Cohn-Odyssee von einem, wie soll man sagen, nicht vom Glück geküssten Menschen. Einer meiner liebsten Cohns tatsächlich. Ja, ich find den auch toll. Ich find den auch toll. Und Oskar Isaac macht's wirklich klasse. Und wenn ihr euch fragt, warum er die Katze hat, ja, die hat er zusammen mit sich selbst aus seiner Wohnung ausgesperrt und versucht sie jetzt verzweifelt zurückzugeben, was aber auch noch ein bisschen schwierig war. War das Oskar Isaacs Durchbruch? Weil ich hab ihn dadurch das erste Mal ... Ich glaub, das war so einer, der, also der war ja schon bei Drive, ist er ja schon aufgetaucht und hat schon so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, aber das ist so einer der Filme. Das ist der Bösewicht? Das ist der Ehemann von Carey Mulligan, der aus dem Knast kommt. Ja, der Böse, der ist so aggro. Ja, genau. Krass, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der bei Drive mit spielt. Ja, ja, also und Inside Llewyn Davis spätestens, glaub ich, war dann so einer der Filme, die ihn dann endgültig bei ziemlich vielen Leuten oben positioniert haben. So, ein Film, der mit das Ende einer Ära eingeläutet hat. Der läuft noch mal auf Arte, Duell am Missouri. Jack Nicholson ist der Anführer einer Pferdediebebande und hat gerade einem reichen Besitzer Pferde gestohlen, woraufhin der einen seiner Männer umgebracht hat. Und Jack Nicholson rächt sich dafür und bezieht jetzt Posten bei so einer Farm und tarnt dort sich als Gemüsefarmer, um halt weiter Pferde stehlen zu können. Aber dieser Großgrundbesitzer, der Pferdebesitzer, hat einen sogenannten Regulator. Engagiert. Es ist quasi ein gesetzlicher Auftragskiller in Form von Marlon Brando, der jetzt halt in diesen Landstrich kommt und einen nach dem anderen von Jack Nicholsons Gang ausschaltet, bis es zum großen Finale kommt. Brando, Nicholson war wohl kein leichter Dreh. Der Film sollte ursprünglich mal eine Komödie werden. Klingt total danach. Ja, sollte ursprünglich mal eine Komödie werden, aber eben aufgrund von Brando und von Nicholson ist da nicht so viel draus geworden. Und sollte man sich mal anschauen. Das ist lustig. Ich hab neulich erst einen Jack Nicholson-Western nachgeholt. Ich hab den Namen aber vergessen. Wo er so auch der, wo er der Bösewicht ist. Wo die also die ganze Zeit durch die Wüste reiten. Das klingt nach nem Western. Ja. Ja, ja. Sag ich ja. Also, aber ich weiß nicht. Aber hier ist er auch so gesehen, der Bösewicht. Er ist dann, er ist so mit nem, mit ner Frau unterwegs und am Ende gibt's den Showdown und wer ist denn der Held? Nicht Jack Nicholson? Jack Nicholson ist der Bösewicht? Egal. Das gilt so als ein Klassiker. Gut, oder? Ja, ich hab's nicht eingetragen bei Letterboxd. Ja, dann guck ich schnell nach, welche Jack Nicholson-Western. Jack Nicholson-Western. Ja, also wer den Film noch nicht gesehen hat, der ist ein bisschen krumm, der ist ein bisschen schief. Wie gesagt, es gab ne problematische, naja, Entstehungsgeschichte so gesehen. Aber trotzdem, ich find den sehenswert. Also ich hab den gern geguckt, schon als kleiner Junge hab ich den gern geguckt. Weil halt Marlon Brando ist auch so grotesk. Spricht er die ganze Zeit mit seinem irischen Akzent. Das hört man jetzt auf Deutsch nicht so mitbekommen. Aber man merkt auch auf Deutsch, dass der Typ halt einfach schräg und irre ist. Irgendwann gibt's ne Szene, da ist er in der Badewanne, was ja damals halt auch nicht so üblich ist, dass das halt irgendwie, dass Leute ne echte Badewanne haben. The Shooting. The Shooting. Monte Hellmann. Okay. Und dann kommt Jack Nicholson an und dann dreht er ihm so den Arsch hin und sagt so, ja komm, jetzt erschieß mich. So, jetzt hast du mich hier einmal. Und Jack Nicholson findet es irgendwie unmännlich und haut dann wieder ab. Also wirklich, es ist ein ganz schräger Film. Aber, also schon ein recht schräger Film. Aber ich find den deswegen grade so sehenswert. So, Sehenswert ist auch ein Film, der hat einen ziemlich deutschen, ziemlich blöden deutschen Titel, Angriff aus der Tiefe, heißt im Original Sea Fever. Berühmteste Person ist, glaub ich, Duke Ray Scott, das ist der Schurke aus Mission Impossible 2, der mal ursprünglich Wolverine werden sollte. Der spielt hier so ein Frachterkapitän. Eine junge Studentin kommt auf seinen Frachter, weil sie grad ihren Abschluss in Meeresbiologie machen möchte. Und sie fahren halt raus und irgendwie stellen sie fest, das Schiff bleibt an irgendwas hängen, um sie versuchen zu ergründen, was es ist. Und stellen sie fest, es ist irgend so ein Tier, Gewusel, irgendwas. Und obwohl sie sich mit dem Freien können, merken sie schon recht bald, dass an Bord doch ein paar Spuren hinterlassen wurden von eben dieser Schlingpflanze oder diesem Tier. Und es ist ein Horrorfilm, der mir sehr gut gefallen hat, ein Hochsee-Horrorfilm, weil hier Figuren mal miteinander reden, versuchen, gewisse Lösungsansätze auszuprobieren und Sachen zu finden. Es ist nicht unbedingt ein Film, der durch seinen Ekelfaktor gewinnt, aber es gibt eine Szene, die ist schon relativ hart. Und er ist atmosphärisch, meiner Ansicht nach, echt schön. Ich weiß nicht, hat den alle noch nicht gesehen? Nee, ähm, es tut mir sehr leid, dass ich jetzt die bin, die diese Frage stammt. Und wann ist denn der? Der ist noch nicht ... Ich brauch gar nicht das Jahr. Ist der jetzt eher 10 oder eher 30 Jahre alt? Nicht mal. Nicht mal? Ach so, okay, warum hab ich von dem noch nie gehört? Ja, das ist halt, weil er halt ... Das ist ein Fantasy-Filmfest-Ding? Das ist ein Fantasy-Filmfest-Film. Der ist von 2019. Ach. Okay. Ja. Und Angriff aus der Tiefe ist natürlich halt ein Titel, bei dem du halt erst mal an Trash denkst, so. Das stimmt. Und der ist aber halt ... FC Bayern München. Oder so. Er ist aber halt nicht Trash. Er ist tatsächlich rechtswertig. Und ja, ich hab den Gag verstanden. Im Gegensatz zu wahrscheinlich den anderen beiden. Faustball. Faustball, genau. So, und dann haben wir noch einen echten Klassiker in der ARD-Mediathek. Der ist auch noch ein bisschen länger da. Aber ihr solltet euch reinziehen, wenn ihr unter anderem das Buch Menschenjagd mögt, wenn ihr den Film Running Man mögt oder wenn ihr generell auf die frühen Filme von Paul Verhoeven steht, dann ist das Millionenspiel hier auf jeden Fall ein Film, den ihr gesehen haben solltet. Es geht um eine Menschenjagd, die im deutschen Fernsehen ausgetragen wird. Ja, und das aber zu einem Zeitpunkt, als es damals noch wirklich für unmöglich galt oder vorstellbar war. 1970. 1970, basierend auf einer Kurzgeschichte aus einer Kurzgeschichtensammlung, da gab's noch ein bisschen Stress mit dem Originalautor, beziehungsweise weil nicht alle Rechte richtig gekauft worden sind, sodass dieser Film dann nochmal ausgestrahlt werden darf. Deswegen ist dieser Film 30 Jahre lang nicht im deutschen Fernsehen, durfte 30 Jahre lang nicht im deutschen Fernsehen laufen wegen dieser Rechte-Schwierigkeiten. Irgendwann wurde er nochmal zurückgeholt und jetzt ist er in der ARD in wirklich schönem HD-Transfer erhältlich. Und es ist erstaunlich. Es ist wirklich erstaunlich. Dieses Ding wird ja präsentiert von einem Konzern namens Stabil Elite. Und das ist eigentlich nur Beate Use in High Class. Weil ständig werden halt irgendwelche Sexprodukte, die das Liebesleben verlängern, irgendwie präsentiert zwischendurch. Ja, als Werbeeinstellung. Ja, oder halt ein Dring, der Monte Carlo, Quell Monte Carlo oder so heißt, wenn du den säufst, kannst du halt stundenlang poppen. Also das sagt die Werbung nicht, aber sie suggeriert es so. Den Lifestyle von Monte Carlo. Genau. Stundenlanges Durchhaltevermögen. Dadurch wird das Liebespiel für ihn und für sie. Und das kommt immer zwischendurch. Ja, 1970 und als Krönung Dieter Thomas Heck, der durch den Abend führt. Und das macht er so ... Das ist so unangenehm. Ey, das macht er so gut. Das ist so unangenehm. Ja, aber so gut. Ja, so unangenehm wie gut. Weil er halt seine typische Dieter Thomas Heck Nummer irgendwie auf eben, dass die Menschenjagd überträgt so. Und dann immer sich so dazwischen wuselt. Er darf nie irgendwie zu sehr für das Spiel an sich sein, er darf aber auch nie zu sehr für das Publikum sein oder halt für den Running Man so gesehen und muss sich da halt immer so durchschlawinen. Diese Szene, ich kannte den Film vorher vom Namen und allem und auch was da drumrum noch passiert ist und deswegen hab ich mich jetzt gefreut, den mal zu gucken und ich bin nicht ganz durchgekommen, hatte den viel zu spät angefangen, aber diese Szene, wie er dir eine Zuschauerin bedrängt, die die Rauchbomben gekauft hat. Na, wer war denn das? Na, sagen sie doch mal. Das ist so unangenehm. Ja, ja. Also das ist wirklich, das hab ich gestern auch noch mal gesehen, das ist ... Heck macht das wirklich gut. Ja, und der würd's halt auch in jeder ZDF-Hitparade, würde er so machen. Ja, glaub ich. Wenn's halt nicht darum gehen würde, dass man hier einen Menschenjagd und dem man halt helfen kann mit Rauchbomben. Wahrscheinlich haben die ihm einfach gesagt, mach die immer. Ja, ja, genau. Ich glaub auch, dass sie gesagt haben, mach nix anderes. Stell dir vor, du bist in der ZDF-Hitparade und los geht's. Aber so wirkt es ja auch. Ja. Dieter Hallervorden ist natürlich ... Dieter Hallervorden als Chef der Köhlerbande. Es sind dann halt Menschenjäger, die halt diesen Gejagten halt durch Deutschland jagen und versuchen umzubringen. Auch großartig. Da war er noch nicht so bekannt als blöde Komediant so, sondern ... Das gab's da halt noch nicht. Und deswegen, allein deswegen auch schon sollte man diesen Film anschauen. Und was halt wirklich absurd ist, ist, dass am Anfang wird gesagt so, ja, und wegen irgendwelchen Regeln aus 1973, ne? Also es fängt wirklich wie eine Fernsehsendung an, wie eine normale. Aber halt schon, damals haben sie schon einen Zeitabstand gehalten. Und trotzdem haben Leute bei der Nummer angerufen, die irgendwo zwischendurch eingeblendet wird, um sich als Kandidaten zu melden. Wahnsinn. Also ja, es ist hier schon sehr prophetisch, was gezeigt wird, und das aus dem Jahr 1970. Noch bevor Running Man und sogar das Buch, glaub ich, existiert haben. Ja, das Buch kam später, das hab ich noch nachgeguckt. Also ich mein, King hat glaub ich mittlerweile auch zugegeben, dass er sich von dieser Kurzgeschichte hat inspirieren lassen, aber dementsprechend ... Liegt ja nah. Ja. Und dementsprechend ... Das ist ein richtig cooles Buch, das hab ich sehr gerne gelesen. Menschenjagd, ich find's auch super. Bis heute, find ich, könnte man das noch mal verfilmen, so wie ... Aber das Buch ist ja sehr anders als Running Man. Nicht, dass ich was gegen Running Man hab, aber es ist eine ganz weirde Interpretation. Und das ist ja ... Also, das Menschenjagd könntest du noch so geil verfilmen eigentlich. Das Einzige, was mir jetzt beim Millionen Spiel aufgefallen ist in der Mediathek, ich weiß nicht, wie's bei dir war, vielleicht lag's auch einfach daran, dass ich kein tolles Setup zu Hause hab, der Ton war seltsam irgendwie. Ja, also, geb ich dir auch recht, aber ich bin auch teilweise über das gestolpert, über das wir uns ... Beziehungsweise, wo wir uns schon mal ein paar Mal drüber unterhalten haben, da reden halt auch mal in einem deutschen Projekt oder in der deutschen Produktion, reden halt auch mal Leute durcheinander. Ja. Also, gerade in dieser Schaltzentrale, in der Regie, da reden sie ja viel übereinander und so. Und da ist mir das halt auch mal hier und da ein bisschen aufgefallen, dass man manche Sachen halt doch einfach gar nicht versteht. Ja. Vielleicht ist es beabsichtigt, vielleicht ist es ein Fehler in der Tonspur. Kann ich leider nicht so jetzt beurteilen. Aber ich hab den über die ... Aber es ist gut, dass es dir auch aufgefallen ist. Ja, ja. Ich hab den halt über die ARD-App auf meinem Fernseher, hab ich den halt geguckt und da ging es eigentlich. Und es ist halt schon interessant, A, was dann für noch mal deutsche prominente Schauspieler dann zu sehen sind. Die eine Frau, die als erstes interviewt wird, ist ja hier aus dem Otto-Film, die Mutter von seinem Love Interest zum Beispiel. Die, ja. Ja, ja, ja. Und der eine Typ, der Chef, der Hauptproduzent der Sendung, ist eine ganz bekannte Synchronstimme. Wenn du den hörst, weißt du sofort, wen der gesprochen hat. Ich hatte nachgeguckt, ich kannte dann in der Synchron-Kartei keine von den Rollen, die er gesprochen hat. Aber die Stimme kannte ich. Ja. Das ist irre. Also die Stimme kennt man auf jeden Fall. Und wirklich, also ich war sehr überrascht gestern noch mal, wie das alles so ist und dass das schon so früh stattgefunden hat, ja. Und gerade mit diesen Werbeeinblendungen, das fand ich noch mal wirklich so wehrhöfenmäßig. Als die erste Werbung gekommen ist, lagen meine Frau und ich fast lachend auf dem Boden, weil es so absurd war. Ja. So. Und damit haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit für die News. Wie immer Probleme. Francis Ford Coppola's Megalopolis findet keinen Verleih. Ab nach hinten. Saw Elf und The Crow werden verschoben. Neue und kalte Projekte. Ari Aster animiert, Bridget Jones kehrt zurück und Jon Snow liegt wieder mal auf Eis. Netflix sagt ab und zu. Nein zu David Lynch, ja zu David Fincher. Ja, der arme Francis Ford Coppola. Da macht er nach Jahren mal wieder einen Film, hat Teile seines Weinguts verkauft, das aber wohl auch schon 500 Millionen Dollar schwer sein soll, habe ich jetzt mal gelesen. Und davon nur Teile dann? Ja, nur Teile verkauft. Hat jetzt für, man sagt, zwischen 100 und 120 Millionen endlich sein Wunschprojekt Megalopolis verwirklichen können, beziehungsweise jetzt halt gedreht. Es gab ein erstes Screening, wo Leute auch gesagt haben, ja, ist schon interessant und spannend. Der ist schon fertig. Der ist schon fertig. Aber, naja. Es gab halt auch Leute, die aus diesem Screening wohl rausgegangen sind und haben gesagt, ey, egal wer hier sein Geld investiert, er muss davon ausgehen, dass er Verlust macht. Was ist das denn? Das ist ein Film über eine Großstadt, ich weiß nicht, ob es New York ist, die zerstört wird. In welchem Jahr? In welchem Jahr sie zerstört wird? Nee, also wann spielt das? Demnächst. Also Gegenwart. Ja, ja. Ich glaube, also ich glaube, es ist nicht weiter bestimmt. So viel habe ich vom Inhalt überhaupt nicht mitbekommen. Ja, also es geht halt um den Wiederaufbau einer zerstörten Stadt, ja, um halt ein neues Megalopolis, also was man daraus machen will. Mit Adam Driver unter anderem in der Hauptrolle, der hier den Architekten spielt, der verliebt ist in die Tochter eines großen Milliardärs oder Bürgermeisters, der das Ganze halt dann irgendwie vorantreiben möchte oder irgendwie sowas. Ja, aber man sagt halt, um ein derartig großes Projekt, was auch so ambitioniert ist und halt schon wohl auch verkopft sein soll, braucht man mindestens 100 Millionen, um das noch, sag ich mal, richtig bewerben zu können und in die Kinos bringen zu können. Und davor scheuen sich wohl gerade ziemlich viele Verleihe. Und es steht zur Befürchtung, dass er dann eben auf einem Streamingdienst landet, weil die halt dann noch mal bereit sind, solche Summen oder ihm halt schon ein bisschen Geld zu geben, damit er halt nicht alles allein bezahlen kann. Da würde ich als erstes sagen, dass es am besten zu Apple geht, wenn man sieht, was die mit Killers of the Flower Moon gemacht haben. Den haben sie ja trotzdem dann ins Kino gebracht. Ja, ich glaube aber nicht, dass die Kinoauswertung noch mal irgendwie so ein großer Bonus ist. Macht nicht aus, meinst du? Ja, also ob das das so viel ausmacht. Ich weiß nicht, wie lang der ist bei Killers of the Flower Moon, spricht natürlich auch dagegen. Ich meine, der hat ja trotzdem, glaube ich, 50 Millionen oder so an den Kinokassen gemacht. Ja eben, der lief ja nicht so schlecht, obwohl er ja dann sehr kurz danach bei Apple war. Aber das ist Scorsese, der halt doch einen besseren Track-Record hat als Francis Ford Coppola, der schon seit zehn Jahren ... Was hat er letzt gemacht, Coppola? Oh je. Das ist schon lange her. Was hat er als letztes gemacht? Sorry, ich wollte dich nicht so überfallen. Einer mit Herz. Nee, das muss danach noch gewesen sein. Ich meine, die letzten Dinge, die er ja so nochmal gemacht hat, waren ja eigentlich nur die Restaurationen von diversen anderen. Mal eine ganz blöde Frage. Wenn man halt sagt, man holt sich einen Martin Scorsese ins Programm, hat ja auch Netflix gemacht mit The Irishman, dann kann man ja werben mit Wir haben den neuen Scorsese im Programm. Kann man das so in der Form heute auch immer noch mit Francis Ford Coppola machen? Oder ist das wirklich so ein Seniorsten-Ding? Wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Der letzte Film von ihm, der gelistet ist offiziell, ist Twixt. Und von dem hat wahrscheinlich noch keiner gehört. Dabei ist er mit Val Kilmer, Bruce Dern und Al Fanning auch nicht so schlecht besetzt. Aber ja. Nie gehört. Nie gehört, ne? Elton Ehrenreich ist auch mit dabei. Krass. Alleine das sagt ja schon wahrscheinlich, dass ein Scorsese immer noch einen höheren Stand hat als ein Coppola vielleicht. Ja, also ich weiß nicht, ob ein Megalopolis so das Prestigeprojekt ist, wie ein, ja, wie ein Scorsese-Film, wie ein Ridley Scott-Napoleon oder wie ein, weiß ich nicht, um jetzt mal auch den Bogen weiter zu spannen, wie ein Hitchcock-Remake von David Fincher. Aha. Zum Beispiel. Ich glaube, das sind dann doch ein Hitchcock-Remake. Ja. Netflix hat jetzt grünes Licht gegeben, dass David Fincher der Fremde im Zug machen kann. Ein Hitchcock-Remake über zwei Menschen, die sich in einem Zug treffen und der eine ist irgendwie so ein Tennis-Star, ein ehemaliger und möchte seine Frau loswerden und der andere sagt, pass auf, wie wär's, ich bring deine Frau um und dafür beseitigst du meine Mutter und diese Verbrechen haben nichts miteinander zu tun. Also warum, also wer sollte darauf kommen, dass es jemals irgendeine Absprache war, weil ich kenn deine Frau nicht, du kennst meine Mutter nicht, das ist ein bombensicheres Ding und das macht jetzt Fincher quasi nochmal als Remake. Es wird gemunkelt, Ben Affleck ist noch mit involviert, ob nur als Produzent oder auch als Darsteller, weiß man nicht, aber die wollten das wohl schon nach Gone Girl machen. Bleibt jetzt bei Netflix offenbar, Der ist sein Dritter. Das ist jetzt ein Dritter. Ja, der hat wohl, also Fincher hat einen Deal mit Netflix, dass egal was er entwickelt, er es zuerst Netflix anbietet und erst wenn Netflix sagt, nö, wollen wir nicht, kann er damit zu weiteren Leuten gehen und momentan bietet er alles exklusiv für die an und das halt jetzt auch mit Der Fremde im Zug. Was hat das jetzt mit David Lynch zu tun? David Lynch hat Netflix ebenfalls einen Film angeboten, einen Animationsfilm namens Snoot World und da hat Netflix gesagt, nö, wollen wir nicht. Und das finde ich jetzt auch, und da wären wir wieder bei dem Thema. Weißt du, bei David Fincher sagen sie, klar, Hitchcock Remake kann werden, wie es will, so, ne, oder was weiß ich. Das scheint offensichtlich ein vielversprechendes Ding zu sein. Also Krimis ja momentan auch gut laufen, so, diese ganzen Whodunit Remakes und so, die laufen ja alle ganz gut. Ja, aber klassische Animationsfilme? Also wirklich, er hat, er wollte einen klassischen Animationsfilm machen. das ist David Lynch. Dem glaube ich das erstmal nicht. Es geht um eine, es geht um eine Rasse, um ein Fantasievolk, das schon nicht gerade groß ist und das wird zu einem bestimmten Lebensabschnitt Lebensabschnitt wird's noch ein Stück kleiner, so eine Art Pubertätsschrumpfung, ja, so eine Pubertätsschrumpfung und einer, Snoot, geht jetzt halt in einem Teppich verloren. Oh nein. Oh nein. Das ist doch, das klingt süß. Siehste, das ist doch, das ist doch eine sichere Bank, das ist doch Quengelware. Da würdest du dein Geld investieren, ja, in dir das einer pitcht. Wenn da schon ein fertiges Drehbuch ist von einer Dame oder mit einer Dame zusammen, die schon eine Menge Kinderfilme gemacht hat, plus der Name David Lynch. Ich sag mal so, ich hab schon andere Scheißfilme produziert oder produzieren lassen, die, weiß ich nicht, nicht unbedingt erfolgsversprechender waren wie Project Power. Aber die Frage ist halt, ob man dann, weil, wenn du versuchst, mit dem Namen David Lynch zu vermarkten, kommst du ja an eine Zielgruppe, die nicht unbedingt auf diesen Kinderfilm wartet. Ja, aber das hat doch Robert Rodriguez auch gemacht mit seinen Spy Kids Filmen. Ja, und Caroline Thompson, mit der hat er zusammen das Drehbuch geschrieben, Nightmare Before Christmas, Edward mit den Scherenhänden, Corpse Bride, also, das sind doch renommierte Titel, damit kann man noch arbeiten gehen. Ja, vielleicht kriegt das ja noch irgendwo anders. Ich hoffe es, ich hoffe es. Also, ein Animationsfilm, und bei dem er vielleicht auch noch Regie führt, und er sagt halt, es ist eine ganz klassische, langweilige Animationsgeschichte. Er hat langweilig gesagt. Altmodisch, meinte er, ja, und er sagt halt, er befürchtet, dass das halt als lahm verschrien ist und deswegen halt auch dann kein Interesse hat, bei zumindest Netflix. Und ja, die Frage ist halt, ob dann vielleicht Netflix an sowas wie Metropolis, nee, Megalopolis Interesse hat oder nicht, oder eben vielleicht Apple, vielleicht Harman Plus ist glaube ich jetzt auch vorbei. Im Ende geht das zu Mubi oder so. Kann ich mir auch vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so viel Geld oder irgendwie sowas. Hulu. Das wäre wie Disney. Ach so. Ja, dann wäre es bei Disney Plus. Freevo, oder wie das heißt, Freevi. Freevi, das wäre Amazon. Jesus Christ. Ja, ein Hitchcock-Film von Fincher, Remake. Ja, am besten, man guckt dann vorher nicht das Original. Vermutlich. Um nicht enttäuscht zu sein. Nee, damit man halt die Auflösung nicht kennt, gerade bei einem Crime-Film. Gab's nicht jetzt vor kurzem erst was, Rebecca? Rebecca, ja, von Ben Wheatley, glaube ich, war der. Ja, genau. Der ist aber auch eher untergegangen, glaube ich, bei Netflix. Deswegen, da hatte ich gerade daran gedacht, weil Ben Wheatley ist ja auch durchaus jetzt kein Fincher, aber ein Name, den man auf dem Regiestuhl zumindest in gewisser Weise kennt. Und ich hatte den ersten Trailer gesehen, war so, oh ja, sieht nett aus, Hitchcock-Remake, schauen wir mal. Und dann habe ich nie wieder von diesem Film gehört. Gebe uns fünf Jahre bis zu einem Psycho-Psycho-Remake. Schon wieder. so ein großes dann, wo dann auch irgendwie, keine Ahnung, den Nivel neuf drauf sitzt. Naja, Vertigo ist ja schon bei Anruf Mord. Vertigo ist ja schon im Gespräch. Oder Fenster zum Hof oder sowas. Das gab es ja auch schon, glaube ich, jetzt noch tatsächlich in so Fernsehfilmen, Remakes oder Neu-Adaptionen. Ja, aber ein David Lynch-Animationsfilm hätte ich auf jeden Fall schon eine Menge Bock drauf. Ja, so, was haben wir dann noch? Habt ihr das mitbekommen, jetzt bevor wir jetzt auf diese anderen News eingehen, dass Blumhouse jetzt wohl die Rechte für Blair Witch Project gekauft hat? was soll denn der Schwachsinn? Vor allem nach dieser Mega-Investition, nach dieser Mega-Investition für Der Exorzist, der ja auch jetzt, sag ich mal, das ist noch nicht so wirklich, naja, wieder eingefahren worden ist. Aber jetzt hat Blumhouse die Rechte für Blair Witch und plant da jetzt schon wieder direkt mehrere Filme. Ja, und halt soll auch ein Reboot oder Remax sein, wo ich mir denke, bei dem Film, die haben ja wohl gar nicht begriffen, was das Original ausgemacht hat. Das wird keine, diese Erfolgsgeschichte wird man nicht wiederholen können. Und ich fand, ich muss gestehen, also die direkte Fortsetzung Blair Witch 2 ist natürlich, also was, das ist ja kein Film mehr, das ist ja ein Unfall. Aber ich mochte ja den Film von 2016 nicht aus denselben Gründen, aus denen ich das Original mochte, aber aus anderen Gründen. Stimmt, da gab's ja schon mal nochmal. Aber jetzt zu sagen, man rebootet das Original, also dann mach doch einfach, dann stampft doch ein neues Hexen-Franchise oder so aus dem Boden. Aber was soll denn so was? Und ich hab mich sehr viel mit dem Original befasst, weil ich dazu mal ein Buch übersetzt hab tatsächlich. Ich kenne also wirklich die ganze Geschichte. Also, ich bin selten so angefasst von einer, von einer Remake-News, aber das, das tut mir weh. Und das trotz Blomhaus? Ja. Ja, aber ich versteh's ehrlich gesagt nicht. Nachdem man jetzt halt schon eine Menge Geld, sag ich mal, erst nochmal wieder einspielen. Das Fenster rausgeschmissen hat. Ja. Muss man ja abwarten, ne? Es sollen ja noch zwei Filme, Exorzisten-Filme kommen und vielleicht hat man am Ende mit drei Filmen irgendwie das Geld wieder reingeholt, so. Aber ich glaub, das ist eine Milchmädchen-Rechnung, die nicht so wirklich aufgeht. Aber die müssen doch, die zwei und drei von Exorzist, müssen doch viel mehr einspielen als der erste, damit sie da auf einen grünen Zweig kommen. Ich mein, die Filme machen kostet ja auch Geld. Ja, und wer geht, also wer geht denn in Teil zwei und drei, der nicht in Teil eins war? Man muss ja sogar davon ausgehen, dass in zwei und drei weniger Leute gehen als in Teil eins, weil sie den ersten nicht mochten. Also das kann nicht mehr aufgehen. Aber es ist nicht so, Paranormal Activity war auch eine steigende Kurve bei dem Einspielergebnis, oder? Ja, aber Paranormal Activity hat da auch ein bisschen wenig gekostet und du hast nicht 400 Millionen Dollar für die Rechte bezahlt. Und Paranormal Activity hat ja einen Hype kreiert. Ja, ja, und der bleibt halt aus. Und Exorcist Beginning nicht. Ja, das ist es halt, da haben sie wahrscheinlich draufgesetzt und wahrscheinlich jetzt ähnlich bei Blair Witch. Weil ich mich auch frage, wen sprichst du denn damit an, dass man ein Remake von so einem Lightning in a Bottle-Projekt macht? Tja. Ich hoffe lediglich, dass von diesem Geld vor allen Dingen die Macher viel sehen. Damit irgendwas, also die Macher des Originals viel sehen. Wenn die jetzt irgendwie da noch ein bisschen mit einem Plus rausgehen. Das wär geil, wenn die jetzt... Wann freu ich mich? Haben die nicht viel gemacht? Ja doch, auf jeden Fall. Aber jetzt im Nachhinein, dass wenigstens die noch Geld bekommen. Damit kann ich mich ein bisschen trösten. Mhm. Ja. Und stattdessen sollte man sich vielleicht auf sichere Bänke setzen, wie zum Beispiel Richard Jones, wo jetzt der vierte Teil... Wusstest du, dass es ein viertes Buch gibt? Das basiert auf Büchern? Ja. Das wusste ich auch nicht. Nein. Wobei doch, das hab ich mal gehört, das sind ja diese Diaries. Genau. Die Diary of Richard Jones. Und jetzt kommt halt der vierte, der heißt Mad About the Boy. Und es handelt wohl davon, dass Richard Jones ist jetzt Witwe. Was? Colin Firth ist verstorben. Die arme Frau. Sie ist jetzt Witwe, hat zwei Kinder, ist erfolgreiche Drehbuchautorin und hat jetzt wohl einen jüngeren Lover. Beziehungsweise einen... Gespielt von? Ähm, warte, von... Der ist nicht Chalamet. Nee, der... Jetzt schon Paige. Äh, der... Ja, wir sind fast dran. Der hat irgendwie... Leo Wudel. Leo Wudel. Nie von gehört. Ähm, der hat in The White Lotus mitgespielt und hat dort den bisexuellen Liebhaber eines Paares gespielt in der zweiten Staffel. Ich hab die zweite Staffel leider noch nicht gesehen, deswegen kann ich da noch zunehmen. Oh, die musst du gucken. Ja, aber dann kennst du den Leo Wudel. Ich erinnere mich aber natürlich nicht. Also du weißt nicht, welches Liebespaar da einen bisexuellen Mann sich dazu geholt hat, damit sie beide noch mal beglückt werden. Vielleicht. Ich hab's ja nicht gesehen. Nee? Okay. Der spielt hier auf jeden Fall... Das ist die mit Christopher Maltisanti, die zweite Staffel. Genau. Ja, die ist so gut. Ja, der spielt auf jeden Fall den Liebhaber von Bridget Jones, war's wohl nicht das einzige Problem dieses Films. Ich muss an Szenen denken aus dieser... Die spielen in White Lotus, das ist Christopher Maltisanti, wie heißt der Schauspieler? Michael Imperioli. Michael Imperioli, sein Vater und sein Sohn, das sind drei Generationen Männer, die in diesem Hotel sind, die alle Sex mit der gleichen Prostituierten haben, ohne dass sie's voneinander wissen. Jeder auf irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt und am Ende sitzt sie irgendwie so am Tisch und sie kommt vorbei und winkt und alle und zwinkert so zu und alle so gucken sich so an und so, ich hab mir zugezwinge. Das ist sehr lustig. White Lotus muss man gucken. Sehr gut. Unangenehme Familienzusammenkunft. Hä? Eine unangenehme Familienzusammenkunft. Also, gilt der Begriff dann noch? Nee, ne? Also das müsste ja schon eigentlich was anderes sein. Weil's in der Familie bleibt. Weil's in der Familie bleibt. Keine Ahnung. Sehr gut. Ja, Bridget Jones. Was sagst du dazu als alter Rom-Com-Spezialist? Die ersten zwei mochte ich. Den dritten hab ich nicht gesehen. Den dritten fand ich nicht so. Aber die ersten zwei fand ich eigentlich immer ganz gut. Die waren aber noch mit Hugh Grant, ne? Genau. Der auch wieder dabei sein soll. Ich mein, wieder im gleichen Modus wie bei Dungeons & Dragons und bei Wonka. Das wär nämlich ein bisschen witzig. Es würde mich wundern, wenn er nicht so ist. Also, ich mein, der hat ja schon eigentlich diese Rolle, hat er ja schon eigentlich fast immer in diesen Bridget Jones-Filmen verkörpert. Zumindest wenn ich jetzt so... Grand Mike's Hugh Grant Things. Ja, genau. Aber ich fand die halt immer so, ich mein, es ist ja, wie alt sind die? Anfang 2000 oder 2010 irgendwie so? Die sind ja schon... Alt. Ja, also das ist halt so, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so funktioniert, aber das war so zu diesem Rom-Com-Zeitpunkt, wo das irgendwie so... Das gleiche hatte ich mich auch schon beim dritten gefragt. Ist halt irgendwann aus der Zeit gefallen, glaube ich. Naja, dass irgendwie das Thema Kinder irgendwie nochmal verarbeitet wird, damit hab ich eigentlich felsenfest gerechnet. Zumindest bei Bridget Jones. Ich hab mich schon gewundert, warum es im zweiten Teil noch nicht war. Gott sei Dank, muss man ja sagen, weil so haben sie ja die Möglichkeit, das ein bisschen länger zu machen. Und ja, ähm, jetzt ist halt schon ein viertes Buch da, beziehungsweise es existieren schon vier Bücher, das wusste ich halt auch nicht. Aber das war doch der Durchbruch für, wie heißt sie? René Selweger. Ja. Durchbruch? War glaub ich so ein bisschen das, was sie auf die damalige... Also es war auf jeden Fall ein Millionenerfolg für sie, ne? Aber... Was hat sie denn davor, also... Naja, sie hat doch... Hat sie nicht den Oscar gewonnen, die Nebenrolle in diesem Historiendrama? Nee, nicht Jerry McGrimer. Äh, nicht Jerry McGrimer, sondern hier mit Nicole Kidman, wo sie auf der Farm sind. Ja, unterwegs nach Cold Mountain. Unterwegs, ja, genau. Da hat sie doch einen Oscar für bekommen, oder? Aber war das davor oder danach? Gute Frage. Ich glaub, Jerry Maguire... Ja, Jerry Maguire war der Durchbruch. Mhm. Und dann kam irgend... Also danach kam erst Bridget Jones. Sogar ich beide und sie kamen noch vor Bridget Jones. Mit Jim Carrey. Ja. Me, myself and Irene. Ja, genau. Me, myself and Irene. Das ist auch ganz lustig, ja. Und ich fand sie ja schon toll in Love and the 45. Aber den kennt ja wieder kaum einer, ne? Ja, guckt euch den mal an. So ein Tarantino-Klon, wo wir jetzt schon dabei sind. Das ist einer dieser Filme, die in den 90er-Jahren hochkamen und alle so auf Tarantino gemacht haben. Und Love and the 45? Mag ich. Ja. Äh, dann hast du das mitbekommen. Du hast ja bestimmt mitbekommen, der nächste Film von Ari Aster, mit wem der sein soll, ne? Mit Emma Stone, in Western, Eddington heißt der, glaube ich. Aber dann hat jetzt Don Herzfeld, sagt euch der Name Don Herzfeld, ist ein, äh, ja, Cartoonist, Animateur, äh, Kurzfilmersteller, der aber auch schon unter anderem mal eine Folge von den Simpsons gemacht hat. Und der heißt vor allem berühmt für drei Filme, die heißen World of Tomorrow, wo unter anderem ein kleines Mädchen auf ihr, weiß ich nicht, auf einen Klon von sich selbst, das aus der Zukunft her geschickt worden ist, sie trifft und sie dann halt zu verschiedenen Gedankenmodelle diskutieren und so weiter. Äh, gibt's wie gesagt drei Filme von, die halt auch eine andere Handlung haben und die wurden halt überall, auf allen Kurzfilmen, Animationsfestivals und Filmfestivals wurden die abgefeiert. Also, wenn man sich bei Letterboxd mal durchliest, nur Feierei schlechthin. Und der hat jetzt angekündigt, dass er mit Ari Aster zusammen was machen möchte. Also nach Boris the Freight, würd ich sagen, ist es konsequent, jetzt einen Animationsfilm zu machen. Also, wo kann man besser freidrehen und Ari Aster dreht ja völlig frei, wie wir jetzt wissen, als im Animationsfilmbereich. Ja. Vor allem, wenn das dann halt, ich mein, er, also Don Herzfeld ist eher bekannt für diese Strichpunkt abstrakten, einfachen Zeichnungen und so weiter und lebt dann natürlich von den Dialogen, aber auch teilweise von abstruser Gewalt. Ja, also diese Sachen von ihm sind schon sehr von Gewalt geprägt, was es halt nochmal spannend macht, wenn jemand wie Ari Aster dazukommt. Weil er sagt halt auch, für ihn ist es halt ein bisschen immer schwierig, wenn er sieht, also Don Herzfeld, wenn er sieht, Leute bringen raus und machen und tun und keine Ahnung und er braucht halt immer zwei, drei Jahre bis eins seiner Projekte so gesehen, was er in Alleinregie macht. Also er zeichnet, er führt Regie, er schreibt. Bis das dann halt fertig ist, haben andere wieder schon zig Sachen rausgebracht und deswegen möchte er jetzt mit Ari Aster zusammenarbeiten, um halt mal gewisse Prozesse auch dann zu beschleunigen und natürlich auch Dinge zu realisieren, die alleine wahrscheinlich nicht so realisierbar wäre, nur mit seinem Namen. Aber Ari Aster weiß davon schon. Wer weiß davon? Achso, nee, weil das klang jetzt gerade, er möchte das gerne, hat das in einem Interview gesagt, aber Ari Aster weiß davon. Ich gehe davon aus, weil er halt wirklich Ari Aster gesagt hat, dass der das weiß. Es wäre schon krass, wenn er einfach den Namen irgendwie ins Rennen schmeißen würde. So ein Feature-Length Happy Tree Friends machen. So zum Beispiel, ja? Zum Beispiel. Da können sie David Lynch ja noch ins Boot holen. Stimmt. Das wäre auch was. Das wäre auch was. Sollen so eine Art Kurzgeschichtensammlung machen oder so. Ja, und dann gab's eine Absage, beziehungsweise hat Mr. Jon Snow himself, Kit Harington, gesagt, Nö. Ich weiß nicht. Momentan hört sich dazu, gibt's dazu nix. Wir hören dazu nix. Also wird's wohl nichts werden. Also es gibt keine weitere Jon Snow Spin-Off oder was? Ja, es gibt keinen Jon Snow Spin-Off. Ja, nun. Ich weiß, du bist da sehr investiert. Ja, die haben ja auch die Serie zu Grabe getragen. Ja gut, aber sie haben sie jetzt auch mit House of the Dragon wieder. Aber da finde ich auch so merkwürdig, wie viel Zeit da vergeht irgendwie. Naja, wir hatten... Die zweite Staffel kommt auch jetzt. Ja, die zweite Staffel kommt jetzt, aber ich glaube, die wurde ja auch beeinträchtigt durch sowohl Corona als auch durch den Streik, ne? Ja, stimmt. Da sind natürlich äußere Umstände. Aber dadurch kommt man nicht so richtig in den Flow. Ich hab schon wieder alles vergessen. Ich müsste eigentlich die erste Staffel noch mal neu gucken. Ich fand die eigentlich ziemlich cool. Aber ich bin so ein bisschen raus aus Game of Thrones. Also der Hype, hat man das Gefühl, ist... Ist ja auch schon, wann war der Höhepunkt der Serie? Ist ja auch schon wieder... Ja, eben. Zehn Jahre? Also ich weiß nicht, ob man die Leute jetzt noch... Das hättest du dann, glaube ich, relativ zügig nach dem Serienfinale anbieten müssen und nicht irgendwie fünf Jahre später oder so. Naja, die Frage ist aber, wenn du jetzt eine Serie anbietest nach diesem Serienfinale von Game of Thrones, wo ja ziemlich viele Leute halt auch schon echt erzürnt und erbost waren, glaubst du, die Serie hätte dann bessere Chancen gehabt, wahrgenommen zu... Also nochmal irgendwie Erfolg zu haben, wo alle eher angepisst werden? Mal Gras drüber wachsen. Weiß ich nicht. Ich meine, Game of Thrones hatte natürlich immer noch einen Hype. Ja. Kann natürlich auch sein, dass die Leute keinen Bock mehr hatten nach dem Finale. Aber ich weiß nicht, ich hab so... Also es ist ja auch nur sehr subjektiv, jetzt kann ich es nicht so beurteilen, aber für mich ist so ein bisschen... Also ob jetzt... Ich hätte jetzt nicht... Wenn du jetzt gesagt hast, Jon Snow findet... Also hast du ja gesagt, Jon Snow findet nicht statt, hat jetzt in mir nicht große Emotionen ausgeliefert. Kannst du mir halt vorstellen, dass das ganze Franchise vielleicht nochmal einen Push bekommen könnte, wenn Martin endlich mal fertig wird mit dem Push? Aber das wird nicht passieren. Nee, eben. Also seid ihr auch inzwischen der felsenfesten Überzeugung, dass Martin diese Bücher nicht mehr zu Ende schreiben wird? Ey, ich meine, er schafft ja nicht mal das Wins of Winter. Ja, aber vielleicht arbeitet er ja gerade parallel noch an dem letzten Buch, ne? Also es sollen ja noch zwei kommen, oder? Er stirbt vorher. Wenn er noch parallel Kram in Elden Ring oder so baut, dann... Ja. Aber was kommen soll nach wie vor, ist diese Heckenritter A Knight of the Seven Kingdoms The Hedge Knight-Serie. Das ist so eine Vorgeschichte, gibt's auch ein Buch, ich glaub, du hast es auch, das Buch, das irgendwie so ein Jahrhundert, glaub ich, vor der eigentlichen Game of Thrones-Geschichte spielt, die wir bislang kennen und von einem Egon Targaryen als Knappen handeln soll, der mit einem Heckenritter durchs Land zieht und verschiedene Abenteuer erlebt. Find ich eigentlich ganz spannend, weil das ist nicht so, das ist ein bisschen losgelöst von dieser großen Geschichte. Man hat immer so kleinere Schamütze. Jon Snow hinter der Mauer. Jetzt mal ehrlich, was hätten wir von dem jetzt noch irgendwie zu hören oder sehen gekriegt? Oder? Also ich mein, was kann es wirklich so groß und spannend sein oder irgendwie mithalten mit irgendwas, was davor passiert ist? Mehr Schnee. Mehr Schnee. Mehr Schnee, ja. Du bräuchtest ja erst mal eine komplett neue Bedrohung. Deswegen, du bräuchtest irgendwie irgendwas, was das Ganze interessant macht und, äh, naja. Und Kit Harington vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mehr sagen lässt als She's McQueen. Naja. Sind wir gespannt. Vielleicht kommt ja doch noch was, vielleicht aber auch nicht. Und ich sag mal so, ich bin jetzt auch nicht traurig. Ich ist, man kann's ja auch einfach mal so stehen lassen. Ist halt schade, dass es so emotionslos einen hinterlässt irgendwie? Ja, aber es ist wie bei Lost. Man kann, ich finde, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man nur auf das Ende schaut und nur auf das Ende meckert oder, oder darüber, ähm, sich abfuckt, wie diese Serie jetzt letztendlich in den letzten zwei Staffeln geworden ist. Weil wir hatten davor halt eine ganze lange Phase, wo uns das wirklich für uns das beste, größte, geilste war und wir wirklich jede Woche nicht abwarten konnten, bis eine neue Folge kommt. Das sind dann doch vier oder fünf Jahre gewesen im Vergleich zu vielleicht drei Jahren, ähm, die nicht so, die nicht so liefen, wie man sich das erhofft hat. Und ich weiß nicht, die, die müssen wir ja auch sehen, die gehören auch dazu. Also, ja klar, bei einer Beziehung denke ich am Ende immer nur an das Ende und die Beschissene, wie es beschissen auseinander ging, aber es war ja halt trotzdem eine Zeit davor. Ja, es ist, der Vergleich hinkt mir. Es ist so ein bisschen, wie wenn du eine Beziehung hast, aber drei Jahre lang betrogen wurdest und es nicht gewusst hast und dann bekommst du so, weißt du, dann denkst du dir so, ja okay, ich bin hier die ganze Zeit in der Mogelpackung, also bei Lost, bei Game of Thrones würde ich es vielleicht nochmal ein bisschen anders sagen, aber bei Lost hat es sich angefühlt wie, äh, die haben mich die ganze Zeit mit Lügen bei der Stange gehalten und das finde ich schon, das macht dann im Nachhinein auch, natürlich hatte man in der Zeit eine gute Zeit, weil du ja nicht wusstest, dass du betrogen wirst. Ja. Aber in der Retrospektive, wenn du zurückguckst, äh, dann denkst du dir so, ja okay. Ja, aber die gute Zeit gehört dann trotzdem dazu und denk an Vergissmein nicht beziehungsweise Eternal Sunshine und The Spotless Mind. Ja. Je weiter er versucht, das Schlechte auszuradieren, umso mehr kommt er zu dem Guten hin und das will er gar nicht ausradieren. Also, wir hatten unsere gute Zeit mit den ganzen Sachen. Ja, aber weil wir geglaubt haben an etwas, das es nicht gab. Aber darum geht's doch, Eddie. Die Reise. Ja. Der Weg. Der Glaube daran, dass morgen auch noch ein Tag ist. Das Ziel ist im Weg. Ja. Gut. So, aber wir sind am Ende unseres Weges für heute angekommen. Es sei denn, gibt's noch eine Serie, auf die du dich freust? Oder auf irgendein Projekt? Ich kann auch eine empfehlen. Ja, mach mal. Tokyo Vice. Tokyo Vice. Tokyo Vice. Aber ich hab auch erst die erste Folge geguckt. Und ich hab gerade gesehen, gibt's in der ARD Mediathek übrigens. Ja. Also kann man einfach gucken. Tokyo Vice von Michael Mann. Ansel Elgert, oder? Ja, Ansel Elgert. Und Ken Watanabe. Und ich hab ehrlich gesagt reingeguckt, weil ich dachte, Michael Mann, Tokyo Vice, das ist so, wie Miami Vice. Nur in Tokyo. Aber zumindest bislang ist es, also anders. Es handelt von Ansel Elgert, der eine Ausbildung zum Journalisten in Japan macht. Also das wird noch nicht so ganz in der ersten Folge klar, warum eigentlich. Und erst mal fängt es an mit so einem Cold Opener, wo er schon älter ist, in Anzug in so ein Hotel kommt mit Ken Watanabe. Und dann sollen sie ein Interview führen mit irgendeinem Jacuzaboss. Und dann sind sie eigentlich im Restaurant verabredet. Und dann heißt sie, ja, ihre Sitze wurden gecancelt, sie sind jetzt oben in der Suite. Und die gucken sich schon so beide an. Und du weißt nicht, so irgendwas, die hatten was geplant. Und auf jeden Fall die Spannung steigt, dann gehen sie so hoch, kommen in so eine Privatsuite, da sind überall Jacuzas und gucken sie an. Und nur er und Ken Watanabe. Und dann setzen sie sich so hin. Und dann ist da dieser so ein junger, jakuza, zweithöchstrangiger Typ, keine beiden Ahnen, und sagt dann so zu Ansel Elgert so, ich will nicht, dass du die Story bringst, weil die schadet hier meinen Associates. Und dann nimmt er so eine Kippe, raucht die so. Und er ist so super souverän. Und dann, ähm, sagt er, und dann beginnt erst so der Rückblick. Rückblick, genau. Und dann, du weißt nicht, wie es in dieser Szene weitergeht, zumindest nicht nach der ersten Folge. Und dann ist Rückblick, wie er die Ausbildung macht in Japan und bei so einem Tageszeitung in Japan anheuert. Und er ist der einzige Weiße, also Amerikaner, in diese, und alle fragen sich, was machst du ja? Aber er hat einen perfekten japanischen Test geschrieben, er spricht fließend japanisch. Ähm, und alle sind so erstanden, sagen, was, bist du Spion? Was willst du hier? Und so. Und dann geben sie ihm den Job, aber alle, er wird rassistisch beleidigt, alle nehmen ihn nicht ernst. Teilweise wissen die gar nicht, dass er der neue Journalist ist. Und er arbeitet auch für diese Crime-Section. Also er will japanische Tokio-Verbrechen aufklären und darüber berichten. Und alle fragen sich so, ja, was, wer ist er? Er wird teilweise von seinem Redaktionsleiter aus dem Büro geschmissen, weil er gar nicht weiß, dass er eingestellt ist und denkt, das ist irgendwie ein Tourist oder so. Und so wächst es dann so, dass er, aber er ist halt so ein Pain in the Ass und will dann irgendwie so einen Mordfall aufklären, der aber mit der Yakuza verbunden ist. Und dann sagen sie ihm alle, halt mal den Ball flach, das ist nicht dein Metier. Und er so, ja, aber ich hab da was gefunden und stichert da so rum. Und ja, und dann weiß man aber nicht, das war wie gesagt, alles nur in der ersten Folge. Man weiß noch nicht, wie es sich weiterentwickelt. Aber es ist echt geil gemacht, weil es ist viel Japanisch, mit Untertitel muss man sagen. Aber du siehst Japan echt in einer sehr authentischen Art und Weise, also Tokio vor allem. und viel Neonlicht, viel im Dunkeln, viel, also ich weiß, sie hat eine unglaubliche Atmosphäre, die Serie. Und ich hab nach einer Folge schon richtig Bock, weiterzugucken. Und ich bin ein bisschen erstaunt, dass die in der ARD-Mediathek gibt. Ja, die ist, glaub ich ... Irgendwie ein Co-produziert, war da nicht irgendwie was? Ja, und dann ist sie aber auch vorher erst mal woanders gelaufen und da war sie ein bisschen schwerer zu beziehen. HBO Max war das. Und ja, kann gut sein. Und jetzt, ja, cool, das ist gut zu wissen, dass die da ist. Dann werd ich mir jetzt auch mal endlich mal ... Also check die echt mal ab, weil die ist echt ... Also ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Ich kann überhaupt nicht sagen, was das wird. Ob das Action, Thriller, Twist, Spionage oder so. Ich kann's echt noch nicht sagen. Aber diese erste Szene, die war schon cool, mit diesen Yakuza-Chefs und dann im Rückblick so. Ja. Erst mal Shogun. Ein bisschen an Infernal Affairs erinnert zu. Erst mal Shogun beenden und dann geh ich auf das andere, geh ich dir auf die andere Seite von ... Aber Shogun musst du ja auch angucken. Ja, ich weiß. Und Fallout und was soll ich machen? Ja. Gucken. Ja. Gucken. So, und ihr könnt vielleicht noch, wenn ihr Bock habt und hier in Hamburg wohnt, könnt ihr euch noch mal Snatch auf der großen Leinwand reinziehen. Am Dienstag, den 16.04. gibt's im Rahmen unseres Filmclubs Im Savoy einmal das Zweitwerk von Guy Ritchie und mit einer der besten Filme, die er jemals gemacht hat, meiner Ansicht nach. Und ja, vielleicht lassen sie Untertitel laufen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Aber ja, stellt euch darauf ein, dass ihr nicht alles versteht in diesem Film. Und das ist auch wirklich so gewollt. Gut. Vielen Dank, Antje. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, Eddie. Wir schauen jetzt hier gleich noch ein paar Trailer. Die seht ihr dann, ich denke mal, am Dienstag. Denn diesen Sonntag ist es endlich soweit. Nach Jahren der Planung und des immer wieder hin- und herschiebens und diverser Menschen, die dabei ausgefallen sind, kommt jetzt nun endlich unser Spezial zu Bud Spencer und Terence Hill mit Thilo Grosio Hahn und Sean David. Wir haben gut zwei Stunden versucht, mal zu analysieren, was einen richtigen Bud Spencer und Terence Hill Film ausmacht, wie die Geheimzutaten sind, warum uns das alles so am Herzen liegt und wie es über die Jahre hinweg in uns gewachsen ist. Ja, das am Sonntag. Ich glaube, am Dienstag dann gibt es das Tease Me und dann sehen wir uns wahrscheinlich auch dann am Donnerstag spätestens wieder hier zu einer regulären Folge. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,